Was ist aus dem Koran, Surah 33, Vers 37, die Auslegung dazu? Okay, warte mal jetzt. Kannst du noch mal dieses, also ich sage mal so ungefähr so 15 Minuten wäre ich bereit, mein Test hier. Ich muss hier ganz kurz ein paar Sachen erledigen. Du hast doch nicht das Buch von Al-Kurtubi zu Hause, oder was? Ich habe noch nicht von Al-Kurtubi, aber ich möchte gerne von anderen Test-Fields hören, wie die darüber berichten. Ja, die akkurateste Geschichte findest du hier bei Al-Kurtubi, ne? Ich weiß nicht, so ganz alte Gelehrten, so ganz alte Dinge, das höre ich nicht. Oder lese ich nicht so gerne, so diese ganzen Old-Gelehrten, sage ich mal so. Wie? Wie, alte Gelehrten? Wir sind doch näher ran an Mohamed. Werden sollst du zuhören? Jemand, der mit Mohamed gesprochen hat, oder jemand, der 800 Jahre nach Mohamed kam, und hat gesagt, ich habe das in einem Kaffeesatz, in einer Tasse gelesen, was diese Vers bedeutet. Was glaubst du? Wem glaubst du mehr? Guck mal, ich sage ja nicht, dass jeder Old-School irgendwie verfälscht ist, oder falsch ist, aber nur, umso älter, umso sicherer muss man halt auch gehen, ne? Also, es gibt sehr viele, extrem viele Testfiles über den Koran, also ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr viele. Ja, ja, aber die Besten, die Größten sind eben Ibn Kathir, Al-Qurtubi, was der Bruder Amir gerade hier vorgelesen hat. Guck mal, ich habe es hier direkt vor mir, hier auf Al-Magdaba, also die Büsche der Muslime, Archiv des Ahlul-Hadith-Forum. Das ist auf der Seite 64 im 180. Ich weiß nicht, wie man das hier liest. Auf jeden Fall ist das die arabische Seite, und hier wird es genauso beschrieben, wie ich das gesagt habe. Al-Qurtubi erwähnte es in seiner Interpretation. Muratel sagte, dass der Prophet Gottes gebette Frieden sei auf ihm. Zeynep heiratete Bin-Jash mit Said, und sie blieb eine Weile bei ihm. Dann Friede sei mit ihm. Er kam eines Tages zu Said und fragte nach ihm, und er sah Sein stehen, und sie war weiß, schön und groß, und eine der vollkommensten Frauen der Quraysh. Er drehte es um und sagte, Ehre sei Gott, derjenige, der Herzen ausflippen lässt. Also, Seine hörte das Lob Gottes und erwähnte Said. Said wurde aufmerksam und sagte, O Gesandter Allah, es gibt mir die Erlaubnis, mich von ihr scheiden zu lassen, denn in ihr steckt Arroganz. Sie verleugnet mich und verletzt mich damit. Dann sagte er, Friede sei mit ihm, behalte deinen Mann und fürchte Gott. Es wurde gesagt, wenn Gott einen Wind sandte, hob sie den Vorhang auf, und Zeynep war in ihrem Haus. Er sah Zeynep und er fiel auf ihn. Und es kam Zeynep Seele in den Sinn, dass es auf die Seele des Propheten fiel, also das gefiel ihr, möge Gott ihn segnen und Frieden schenken. Und da kam er und fragte nach Said, also kam Said und sie informierte ihn darüber. So kam es in den Sinn, Said wollte sich von ihr scheiden lassen. Wahnsinn, ne? Würdest du zu einer Verheiratung... Diesen Test würde ich auf jeden Fall auch für meinen gelehrten Büchern, sage ich mal so, einmal lesen. Was machst du denn, wenn du herausfindest, dass der Charakter deines Propheten doch nicht so toll ist? Das wäre eigentlich schon krass. Stell dir mal vor, das ist der beste Mensch, der je gelegt hat. Sardar Al-Amin, der Vertrauenswürdigste. Ist er also so vertrauenswürdig, dass man ihm so vertrauen kann, dass wenn du nicht zu Hause bist, der klopft an deiner Tür, deine Frau macht die Tür auf, er flirtet mit deiner Frau, begehrt sie in seinem Herz und spannt sie dir aus? Ja, nur wenn die hübsch ist, ne? Die hat eine atemberaubende Figur. Hätte die eine fette Figur, dann ist deine Frau sicher. Von Mohammed. Jetzt steht da ja in Tassi, heißt das ja, sie hatte eine Atemberaubende Figur und hat mit Mohammed gefallen. Mega, mega scheiße, wallah. Joni, Joni, guck mal hier. Mohammed wurde mit 20 Privilegien vor allen Muslimen und allen Menschen bevorzugt. Guck dir das mal an, wenn seine Augen auf deine Frau fällt, musst du dich scheiden lassen, damit Mohammed sie pumpenpumpen kann. Dann guck dir das mal bitte an. Das lesen wir aus dem Tafsir von Al-Kurtubi auf der Seite 423. Punkt 10. Sollten die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit der Prophet sie in ungestellten Punkt pumpen kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Falle Zeyneps. Zeynep war Mohammeds Schwiegermutter, äh, Schwiegertochter. Er begehrte sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Der Typ spannt eine Frau aus von den ganzen Muslimen. Das muss ich auf jeden Fall lesen. Jede Frau, die der Mohammed sieht mit seinen Augen und ihm gefällt, auf der Stelle müsste der Muslim seine Frau scheiden lassen, damit der Mohammed sie nehmen kann. Das ist lahm. Das ist der beste Mensch. Boah, das habe ich zum ersten Mal gehört. Also all die Jahre habe ich sowas noch nie gehört. Bist du? Das muss der Notwendigkeit von niemandem hören, der nicht mal gerätzt wird. Das hört sich eher so nach Feindseligkeit an, das riecht hier echt nicht gut gerade. Also ich habe es ja noch nie gehört. Also wenigstens müsste ich das von meinen perversen Onkeln hören, weil die sind ja so... Mindestens von meinem perversen Onkeln. Ich habe die weggeknallt damals und ich habe die weggehauen. Ja, aber das ist genau dasselbe, siehst du? Das ist so krass. Ja, aber es kann sogar sein, dass sein Onkel zum Beispiel, wenn er jetzt in den Haus seines Bekannten oder Freundes geht, dass er nicht die Frau seines Freundes begehrt, dass er sogar Charakter hat. Charakter hat, genau. Verstehst du, dass er Grenzen kennt, dass er sogar Grenzen kennt bei seinem sündigen Treiben. Aber bei Mohammed sehen wir das... Joni, guck dir das mal bitte an. Ich kann nicht reden, Digga, das ist übertragen. Joni, guck dir mal bitte den Punkt 17 an. Dem Propheten ist es erlaubt, den Hungernden sein Essen und dem Durstigen sein Trinken zu entreißen und es für sich zu beanspruchen. Also wenn er so einen armen Mann sieht, sagt er, gib mal dein Essen her, gib mal dein Trinken. Ist das und trinkt das? Spurla, du redest, übertreibst voll deine Lage, ja Allah. Willst du mich, da steht es hier. Das steht doch so. Ja, aber du redest über Tessire, darüber kann man doch, da kannst du nicht zuhundertprozentig sagen, dass das stimmt, was da, was... Ja, du stehst doch vor, was deine Gelehrten sagen. Deine Gelehrten haben doch kein Hass auf Mohammed. Ach, du hast keine Ahnung, was für Gelehrte es damals gab, also über Gelehrte gibt es nicht nur Gutes. Also Al-Kurte, wir haben... Wir reden für den größten Gelehrten. Aber guck mal, das Ding... Wo die ganze islamische Welt von denen lernt. Ja, aber jetzt kommt noch eine Problematik, du redest das jetzt alles so auf Deutsch und da muss man das schon ein bisschen... Boah. ...dramatikalisch muss man das besser übersetzen können vielleicht. Ja, okay, du kannst das ja nehmen und deinen Dings fragen. Wie heißt der da? Warte mal, ich hab das doch nicht selber... Lass mich das erst mal selber, danach sage ich euch, beziehungsweise ich werde einen Kommentar auf jeden Fall dazu geben. Ich brauch noch kurz fünf Minuten maximal, dann bin ich fertig. Fünf Minuten maximal? Ja, solange kannst du mich auch rausschmeißen, ich komm gleich dann... Ich frag dann gleich an, dann könntest du schon mal andere Themen bereden mit anderen Leuten. Ha! Bis später, ciao, Gott segne dich mal, Loni. Bis später, ciao. Ciao. What's the same? Der kommt nie wieder. Der kommt nie wieder. Lisa Leila möchte dir etwas sagen. Ja! Das ist mein größter Fan, Lisa. Ja, Leila. Sie hat eine Tochter und verteidigt einen Menschen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Oh je. Oh wei. Warum musst du das immer wieder sagen? Ja, wir müssen das Thema ja ansprechen. Du bist ja ein Verteidiger von jemandem, der ein Kind angefasst hat. Vielleicht war das früher so und warum musst du immer die Religion jetzt immer schlechter machen und jemanden hier... Ja, früher war das... Das ist ja das beste Vorbild aller Zeiten. Ja, früher war das so. Heute immer noch. Guck mal, ich habe noch nie zum Beispiel einen Muslim zum Beispiel so gehört oder irgendwas live gesehen, der so Hass hat über Christen und die über Christen so schlecht reden und dass die sagen, nee, das ist nicht die Wahrheit oder irgendwas. Hast du das nie gesehen? Hast du das nie gesehen? Das ist aber richtig heftig, ey. Man sieht, um welche Zeit wir schon so angekommen sind. Man sieht, welche Moral und Ethik du an den Tag legst, damit du sowas verteidigst. Guck mal, wenn unser Prophet Mohammed so wäre, dann hätten nicht so viele konvertiert. Ja, natürlich. Die Konvertierten werden total angelogen. Die werden mit irgendwelchen Tricks und irgendwelche schönen Redereien... Wir haben doch den Koran gelesen. Okay, sagt den Konvertierten, dass wenn sie aussteigen wollen aus dem Islam wieder, dass ihnen die Todesstrafe droht, islamisch. Mohammed hat gesagt, wenn jemand den Islam verlässt, muss sie getötet werden. Und dann wollen wir gucken, wie viele Konvertiten konvertieren. Ja, weil das... Die wissen schon die Wahrheit. Meine Liebe, mein Bruder hat dir gerade gesagt, sag mal den ganzen Konvertiten, dass wenn sie wieder rausgehen wollen aus dem Islam, hier Nackentherapie verpasst werden müssen. Was meinst du, die viele noch drinnen bleiben würden oder sich für Islam entscheiden? Das kann ich ständig beantworten. Die Konvertiten werden mit schönen Gerede einfach in den Islam hineingetrickst. Ja. Deshalb kennst du die Geschichte. Weiß ich nicht. Und das ist auch nicht mein Problem, wer das verlasst oder irgendwas. Das kann er dann für sich selber, weißt du? Das hat jeder für sich so... Ja, du selber. Und dann selber das zu verantworten. Also, da kann... Sehr gut. Du hast für dich selber irgendwann mal entschieden... Ich kann ihm selber jetzt nichts sagen. Ja. Nehmen wir mal an, du hast irgendwann mal dich entschieden, irgendwann mal in deinem Leben die Entscheidung getroffen, nicht mehr Muslim zu sein, weil du nicht mehr daran glauben kannst. Ja. Würdest du in einem islamischen Staat leben, wo die Gesetze Allahs und Mohammeds herrschen, dann würdest du hingerichtet werden. Nein, das machen heute die Menschen. Weil du wirklich noch verlassen bist. Was früher war, war es ganz anders. Ja genau, die auf Mohammed hören. Das machen die neuen, moderne Menschen. Die setzen immer halt irgendwas drauf. Was meinst du mit moderne Menschen setzen drauf? Ich rede von islamischen Gesetzen von Mohammed und Allah. Das ist von modernen Menschen. Bitte? Bitte. Ich rede über die Gesetze von Mohammed. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Kindergartenhaufen? Guck mal, hier sofort Leibsichtbarkeit eingeschränkt. Das kann nicht wahr sein. Ja, wegen der Ex-Muslime. Todesstrafe. Wahrscheinlich deswegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist okay. Grüßt euch alle zusammen. Hallo, mein Lieber Gott. Ich bin ein Muslim. Guck mal, ich bin jetzt kein Christ. Ich bin ein Muslim. Ich will aber ganz kurz was sagen. Du kennst dich ja sehr, sehr gut aus, ne? Was bibelmäßig und so angeht. Wieso holst du unerfahrene Leute hoch? Hol doch einen hoch, der wirklich... Warum holst du so teils... Sorry, dass ich... Ich hol doch jeden hoch, mein Lieber. Ich hol doch jeden hoch. Hol doch deinen Kollegen. Hol doch deine Familie, deine Freunde. Ich will gar keinen holen. Aber verteidige dich doch mit Leuten, die Wissen haben. Nicht mit unerfahrenen Leuten. Ja, wer hat denn von euch Wissen? Ich sag doch selber, hol jemanden, der Wissen hat. Aber hol doch nicht jetzt einen hoch, wie die Frau, die gerade hier hoch war, die kein Wissen hat. Ja, aber in der Liste sucht solche Leute nur. Ja, aber dann hol die doch gar nicht hoch. Wen soll man den Lufthau hoch holen oder was? Du machst das doch dann gar nicht mehr so für... Du machst das dann für die Leute. Du machst das ja gar nicht für deinen Gott, was du sagst. Du packst dich jetzt wieder an die Stirn. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Du machst das ja raus. Aber hol doch Leute rein. Anja, hol doch Leute von draußen. Geh mal jetzt raus. Hol mal die Leute jetzt von draußen, von der Straße in TikTok rein. Auch die, die nicht wollen. Hol die auch rein. Auch die, die sagen, lass mich in Ruhe. Muss sagen, nein, komm jetzt rein. Er hat gesagt, ihr müsst alle rein jetzt in TikTok. Auch wenn die vor dir wegrennen. Auch wenn die nicht wollen. Komm, ey, jetzt diskutieren. Nein, ich will nicht. Da hast du zu mehr. Ich habe wenig Leute in der Liste, die reden wollen. Ja, ich wünsche dir, der Pierre Vogel würde mal hier reinkommen. Manchmal fragt man sich echt, ob die Leute auf Autopilot sind. Das ist das. Kamelurin und Autopilot. Das ist eine sehr, sehr schlimme Mischung. Lesser, wir haben doch gerade über das Thema Betrügen geredet. Ja. Lesser, guck mal, der Scheich Al-Masri. Guck mal, was der sagt zu dem Thema. Wie man nicht-Muslimen gelügen kann. Meine lieben Brüder, wir sollten Buße tun und wir sollten die Menschen an die Hand nehmen, die noch nicht bereut haben, also den Islam anzunehmen. Wie der Reden, wie ein Satan. Richtig. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Lesser, wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Bei Allah, wir dürfen nicht hart zu ihnen sein. Pass auf weiter. Lesser, du und ich und die ganzen Geschwister und alle Menschen auf der Welt, diese Leute sind krank. Sie sind Sünder. Also wir alle. Guck mal. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Wir sollten uns um sie kümmern. Wir müssen wie Ärzte sein, die sich um Kranke kümmern. Ihr müsst euch um sie sorgen und großes Mitleid empfinden. Sucht nach einem raffinierten Weg, um die Person zur Reue zu bringen, also zum Islam zu bringen. Ich werde euch eine schöne, authentische Geschichte erzählen. Was? Was ist mit dem Juden? Ja. Lesser, Lesser, Leute. Es war einmal ein Muslim, der neben einem Juden lebte. Der Muslim erkannte beim Juden etwas Herzensgüte und er wollte einen Weg finden, damit er zum Islam konvertiert. Also ging er zu ihm und fragte, hast du nicht ein Verlangen nach dem Islam? Willst du nicht Muslim werden? Der Jude sagte, das Einzige, was mich daran hindert, Muslim zu werden, ist, dass ich gern Alkohol trinke. Ich wäre schon längst Muslim geworden. Aber das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass ich Alkoholiker bin. Der Muslim schmiedete einen Plan, Reza, pass auf. Leute, pass mal auf. Das ist ein genialer Plan. Er sagte, kein Problem, werde Muslim und trinke weiter. Guck mal, wie er ihn anlügt. Natürlich meinte der Muslim das nicht wirklich, aber er sagte es zu ihm. Werde Muslim und trinke weiter. Der Jude sagte in Ordnung. Er sagte, ich bezeuge, also er hat dann die Schahade ausgesprochen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Mohammed sein Gesandter ist. Der Muslim sagte zu ihm, jetzt bist du ein Muslim. Wenn du Alkohol trinken solltest, werden wir die Strafe für Alkoholkonsum verhängen, das heißt auspeitschen. Und solltest du den Islam abschwören, so werden wir dich nackentherapieren. Siehst du, wie schön man von Alkohol befreit werden kann? Ja, so blieb der Mann ein Muslim und trinkt nie wieder Alkohol. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ein schöner Trick. Wer sagt dir, das ist ein schöner Trick. Das ist überhaupt nicht hinterhältig. Wie hinterhältig? Sehr, sehr hinterhältig. Das ist sehr, sehr teuflich. Sehr, sehr satanisch. Man hört das auch an seiner Stimme, wie der so redet. Ja. Ja, 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 ja. So vor, direkt von der Stimme, die aah, so vor diese Schlangen-Aah. Ja, das ist heftig. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist halt dieser Trickbetrüber. Werde Muslim und du kannst weiter Alkohol trinken. Habt ihr das gehört? Werde Muslim, du kannst weiter Alkohol trinken. Kein Problem. So, jetzt bin ich... Ah! Hallo? 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 Jan-Lukas, ja, wir hören. Ich höre den. Hörst du den? Nee. Er redet nicht. Er wollte nur Hallo sagen, glaube ich nur. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss... Ja, also ich muss wieder einschalten. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, es geht wieder los. Das kann nicht mehr wahr sein. Wer ist da? Die wollen nicht reden? Ja. Das ist ein heftiges Lied. Das ist ein modernes Talking. Du hast ein Jeopardy Reserve. Ich muss immer warten, wenn die Leute vielleicht gerade etwas am Essen sind oder überlegen, was sie sagen sollen. Lass mal einfach Jeopardy laufen. Lass mal Jeopardy laufen. Lass mal Jeopardy laufen. Lass mal Jeopardy. Dich geh kaputt. Gelebt Geist und Seele. Gelebt Geist und Seele. Verlebt Geist und Seele. Verleibt Flügel. Verleibt Flügel. Verleibt Flügel. Verleibt Flügel. Verleibt Flügel. Hi. Alles gut bei Euch? Ja, Gott segne Dich und Deine Familie. Aber ich habe dich gerade Ich habe gerade gehört, dass du gesagt hast Wenn man aus dem Islam austritt Dass man getötet wird, ne? Das sagt der Mohammed Wer sagt, dass er das sagt? Dein Imam Bukhari Guck mal, das Ding ist Das macht schon gar keinen Sinn Vor allem, wenn man bedenkt Dass das Töten einer der größten Sünden Im Islam ist Stimmt doch gar nicht Nein, nein, nein Natürlich darfst du nicht einen Muslim töten Aber es gibt Strafen im Islam Es gibt Todesstrafen, es gibt Körpersprafen und so weiter und so fort Du darfst nicht einfach So einen Menschen töten, das stimmt Aber wenn er bestimmte Verbrechen begeht Dann gibt es bestimmte Strafen Wie zum Beispiel Steinigung Bei Ehebruch, Handabhacken Bei Diebstahl und 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 gibt es natürlich Die Strafe Reza Der Ali Reza, passt mal auf Der Ali Hat einem Menschen Die Hand abgetrennt Und hat sie als Halskette Um seinen Hals getragen Reza Schaut euch das mal bitte an Das ist so krass In Musannaf ibn Abisheiber Hadith 30.915 Überliefert von Abdurrahman ibn Abdullah ibn Masud Ali cut off man's hand Then hung it around his neck Also die Hand, damit die Leute Angst bekommen Wahnsinn Und hier steht es Dismemberment for theft Also die Strafe für Diebstahl It is Sunnah to hang his hand around his neck A group of scholars added For three days if the Imam sees fit Siehst du Drei Tage lang hatte der diese Hand da so hängen Als abschreckende Maßnahme Der Islam ist einfach so Wahnsinn Das ist heftig Grauenhaft Oh der ist rausgegangen Das war wohl glaube ich ein bisschen zu viel Hardcore Reza, der hackt dem einen die Dinge ab Und dann hat er das so als Halskette So 50 Cent Kette Heftig So wie Public Enemy mit der Uhr Das Flavor Flav islamischer Art Serviert nach islamischer Art Public Enemy Das ist ein Splatter Movie Reza Mach mal Reza Stell dir mal vor Ein kranker Iced Out Islamischer Flavor Flav Mit der Uhr Dieser Rapper Modeschmuck Modeschmuck aus dem 6. Jahrhundert Ich kann nicht mehr meinen Rückgrat Komm gleich wieder raus Die natürlichste Modeschmuck der Welt So ein naturopo Bio Bio-Modeschmuck Riech 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 geerntet Ich kann nicht mehr Der hackt von einem anderen Mann Den hackt Und nimmt sie als Kette Kennst du diese Schamanen aus Afrika Ja Ach jetzt weiß ich warum Diese Hand von Fatima Vielleicht ist das ein Ding Eine Ableitung davon Diese Hand von Fatima Diese getrennte Hand Kennst du ja ne? Der ist ja Stell dir mal vor Irgendein Hollywood Produzent Nimmt sich mal ein bisschen Die islamischen Schriften vor Und liest mal ein bisschen da durch Der könnte ganzen Splatter Movie Daraus machen Ja ja klar Natürlich Das ist grauenhaft Der arme Pier Vogel Der arme Pier Vogel Das tut mir so leid Warte, warte Ich kann nicht die Kamera machen Ich habe überall meine Fans Deine größten Fans sind auch Moslems, das kapiere ich ja überhaupt nicht. Das ist so, als wenn jetzt aber jemand den Herrn Jesus richtig auseinandernehmen würde, technisch gesehen, und dann wir alle hinter dem Herr laufen würden und den so feiern würden. Das kann doch nicht wahr sein, so was. Wer kann das alles verstehen auf dieser Erde? Aber nein, das ist wegen ABK die Sache, ja, das ist das. Ja, ich weiß. Die fanden das halt alles lustig, wie das rüberkam. Viele haben das sehr, sehr, viele haben das gefeiert. Wir haben ja daraus eine richtige Comedy-Serie gemacht, der und ich. Ja, ja, das war schon Kult. Ja, ja, wir haben ganz YouTube-Dominiert in dieser Zeit, das war heftig. Das war für die meisten war das so der Pflichtprogramm Ex-Muslim und ABK, das war das krankes überhaupt. Sobald er auf mich reagiert, dann habe ich immer zurück reagiert und ich habe immer nur schlimmere Sachen gezeigt. Und irgendwann mal dachte er sich bestimmt, oh mein Gott, wenn ich jetzt jedes Mal auf den reagiere, bringt er noch was Schlimmere. Ja, 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 ja. Er hat natürlich nur daran gedacht, jetzt da kann auch sein, dass er Morddrohungen bekommen hat, weil er sich die Auszeit erwähnt und die Reichweite wird immer größer und größer. Ja, der hat auch großen Schaden angerichtet, indem er dich eben auch groß, also auch angeführt hat, die ganze Zeit, erwähnt hat. So konntest du natürlich in Bereichen reinkommen, wo du ohne ihn das nie geschafft hast, so in diese Nischen, wo diese jugendlichen Muslime sind. Ja, grüß euch Geschwistern. Ich hätte eine Frage an Reza, Bruder. Ja. Aber am liebsten dann privat, wenn das möglich wäre, weil ich denke, dass du dich in dem Thema auch sehr gut auskennst. Ja. Okay, dann kannst du ja privat schon entstanden. Ja, privat. Ich hatte dir ja schon geschrieben gehabt, aber ich glaube, die Nachrichten sind nicht angekommen. Du meinst ja auf TikTok-Nachrichten. Genau, ja. Okay, da habe ich jetzt leider nicht mehr Zeit gehabt, da reinzukommen. Es sind zu viele auch. Aber ich versuche mal, da reinzuschauen. Ja, das wäre echt nett. Ja, okay. Werde ich nach dem Stream. Mehr wollte ich auch dann schon nicht. Ich wollte quasi ein Zeugnis von mir geben und in dem Thema kennst du dich halt sehr gut aus. Und ja, ich brauche quasi deinen Anschlag. Ja, ja. Aber das kannst du nicht öffnen, dich, sondern privat, ja? Nee, nee, nee. Ja, alles klar. Lieber privat. Super, danke dir. Gott sei Dank. Ciao. Ja, nächste Dank. Ja, dich auch. Ciao. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Also, ich glaube, du hast meine Anfrage nicht gesehen. Ich war schon lange fertig eigentlich. Und? So, warte, ich bin ganz tot mein Zimmer wegzellen, um diese paar Bücher aufzuschlagen. Wollen wir jetzt, wo waren wir noch mal stehen geblieben? Wir wollen ja diesen einen Scherz kurz abschicken. Was machst du denn da? Nee, mein Bruder ist nur kurz gelesen. Moment, rund. So, kannst du mir noch mal den Vers sagen? Ich weiß gar nicht mehr, welches Vers das war. Es ging, glaube ich, doch über diese Stelle, wo es beim Test 4 darum ging, dass unser Prophet irgendwie jemanden angebaggert hat oder so. Oder jemanden seine Power aus... Lizar, ist das bei dir? Nee, bei mir ist das. Ja, ich mache mich mal stumm. Warte. Oder du kannst in einen anderen Raum gehen oder was, Lizar? So, kannst du mir noch mal sagen, in welchem Vers es handelt? Ja, genau. Es handelt sich um Suche 33 vers 37 und dazu der Tafsil von Al-Khutubi. Suche 33, ja. Ja, Al-Azab. Moment. Oh, was ist das? Das Ding ist mein mein Opas Gelehrter, weißt du? Ich bin jetzt einfach in sein Zimmer eingedrungen und schaue ich mal in Büchern rein. Kannst du ganz Arabisch? Ganz wenig. Aber mein Opa kann flüssig, aber ich bin nicht so der Dings. Ich kann lesen Arabisch flüssig, ja. Aber mehr auch nicht. So, Sure, was hast du gesagt? 33 vers 37. Okay. 33. Das müsste mein Tafsil Buch 5 sein. Das ist mein Tafsil Buch. 33 37 immer noch vielen dank vielen dank 33 hat doch nur bis 35 suche 33 für 37 ich bin jetzt zuge 33 und ich gehe nur bis 35 schlag doch mal deinen koran auf meine güte ja das ist bruder das wenn das hier moment mal immer weiter kurz ich hole mir mal was zu trinken wenn du gestattest das kann noch länger dauern ich finde das jetzt gerade ehrlich nicht das ist komisch weil das geht nur bis hier auch im koran geht das nicht weiter moment ja genau das ist suche 33 vielleicht hat die ziege das aufgefressen genau was ich bin hier gerade genau bei suche 33 ja wie heißt es denn nur bis 35 n am ja siehst du das in diesem fall besuchen das kann doch nicht mehr wahr sein ich sage die ganze suche all ach saab der sagt annahm ach okay moment das ist ah ja oder war du hast doch kein 23 sagt mir doch nur die zuge welche suche das ist hab ich doch gerade gesagt suche 33 und die suche heißt all das ist doch nicht normal zum 6 der weiß vielleicht, dass wir nicht mal bei Sures und Vers, der kann das nicht unterscheiden zwischen Vers und Sures der denkt, du meinst Vers nein Bruder, ich bin bei Sures 33 bis 35 ey, das ist schon wieder macht er das, das kann doch nicht wahr sein was ist dem los los mit dir Mann? Sures 33 bis 35 Juni mein Diva Entschuldigung, aber das ist krass Juni Moment Moment, Moment Konzentrier dich bitte nur auf eine Zahl in den nächsten Stunden nur 33 alle anderen Zahlen bitte kurz ausklappen Lotto-Zahl alles mal kurz nicht dran denken Ich habe hier 40 Bücher vor mir liegen deswegen, ich habe keine Ahnung und genau welche das Wirst du jetzt die Silve 33 in 40 verschiedene Bücher suchen? und zweitens ist das ganz, ganz anders geschrieben hier Liebst du den niedrigen, oder? Danny, what's your flavor? Danny, what's your flavor? Uh, voll den Vorwurm davon Danny, what's your flavor? Danny, what's your flavor? Johnny, hast du es geschafft? Ahul Medit Ja, was ist das? Das ist türkisch, oder was ist das? Türkisch und arabisch Türkisch und arabisch Okay, was ist das? Ja, wir wissen Und hier ist es arabisch dazu und hier ist nochmal das türkische dazu und hier ist das Tefsir dazu Du kannst doch diese Bücher nicht ernst nehmen die Lügen auftischen den Muslimen die kein arabisch verstehen das ist das Mein Opa kann arabisch Du musst von den Großgelehrten des Islams lesen nicht irgendein türkischer Typ Du musst von den Großgelehrten wo die gesamte islamische Oma nach denen geht zum Beispiel eben Wer hat denn dieses Buch rausgehauen? Ibn Hadjib Al-Hassan ist zwar ein neuer aber ist ein Grundsgang Ja, komm, ich bitte dich ist ein neuer Gelehrter das kann doch nicht wahr sein Ich bin ein sehr, sehr großer Gelehrter Was ist das niemand im Gegensatz zu Al-Kurtubi, Mann? Wo willst du das denn wissen? Wer sagt das? Das kann doch nicht wahr sein Al-Kurtubi gehört zu den vier größten Koran-Kommentatoren Da gibt es einmal den Kurtubi, den Tabari, den Ibn Kathir und Al-Jalalayn Diese vier sind maßgebend für dich Alles andere ist erstmal sekundär Aber warum hast du das zu entscheiden? Was wenn ich seinen Test Ich habe das noch nicht zu entscheiden Das haben deine sunnitischen Gelehrten so ausgemacht Das sind die Wohlen von Pastorin Aber das ist auch einer meines sunnitischen Gelehrten Und ich gehe seinen Weg jetzt Und jetzt, was ist das Problem? Von wem hat er gelernt? Das weiß ich nicht Von Al-Kurtubi hat er gelernt, der Typ Das weiß ich ja nicht Ob er jetzt von Nur Al-Kurtubi ist Aber wenn er es jetzt so witzig ist, dann muss er hundertprozentig Die vier großen Koran-Kommentatoren ja kennen Ja, aber guck mal Das Ding ist, der hat sich doch auch sein Der hat sich doch auch sein Mindset irgendwo geholt Von den Gelehrten, von den Gelehrten Geh mal bitte, wo steht die Suche 33? Also die Erklärung zu Suche 33 Mach mal nochmal Mach mal an Okay Okay Zu 33 nochmal Da Assab zu den 33 Und Vers 37 Aber ich habe es gesagt Moment Hier haben wir es So, hier haben wir es Oh mein Prophet Ich übersetze das Oh mein Prophet Weißt du noch Weißt du noch Wo jemand dir was Gutes getan hat Und du hast gesagt zu ihm Halte deine Frau neben dir Und hab Angst vor Allah Ja 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 Lies weiter Hier sagt jemand Der hat das Buch auch Und der meint Das steht genauso Wie du das gesagt hast Amir Hä Was Okay Der soll jetzt die Kamera aufmachen Und dann mir das jetzt hier Übersetzen Hier Ich schwör auf alles Wo genau Hier steht Oh mein Prophet Oh mein Prophet Weißt du noch Du hast Ja das ist der Vers Und jetzt da unten Ist der Tafsir Ja genau Da fängst du jetzt bitte an Achso Okay Das kann doch nicht wahr sein Ich dachte jetzt Wir reden über die eindeutige Übersetzung Weil hier steht Bei der Übersetzung Hab Angst vor Allah So jetzt lest den Tafsir Und übersetzt uns bitte den Tafsir Okay Aber ich muss das für mich kurz lesen So Kannst du mal bitte Also der Tafsir sagt Dass man von unseren Propheten Seinen Meinungen niemals Irgendwie widersprechen sollte Und dass man Das was der Prophet sagt Schon das Richtige sei Und man sollte halt Unseren Propheten hören Also da wird wirklich nur Von den Propheten berichtet Das was er sagt Dass die Leute die nicht hören Dass die zum Quasi zum Falschen geneigt sind Kannst du das mal bitte übersetzen Was du da gerade gelesen hast Oder schämst du dich gerade Nein ich schäme mich gar nicht Das steht wirklich Also Allah sagt Allah und der Prophet Also wenn irgendeine Sache passiert Und eine Entscheidung getroffen wird In dieser Zeit Mümin bir Erkek Wenn mümin bir Kadının Okay Lies mal bitte Also wenn diese Sache Was hier gemeint ist Betroffen wird Um ein mümin Frau und Mann Ne İşlerinde başka bir Sechme hakkı yoktur Und zwischen Also Kardeşim Kardeşim Joni Guck mal Lies mal bitte Da unten geht's los Da steht der Name Zeynep Guck mal Ja 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 Jetzt Zeynep Zeynep bin Schas Ile Kardeşim Abdullah bin Schas Hakkanda Inmüchter Also diese Ayet Wurde zu Also diese Ayet Geht um Der Herr Abgesandt Zeynep Weiter Abgesandt Für Zeynep Und um Seine Und ihr Bester Abdullah bin Schas Also um Die beiden Also die Ayet Wurde für die beiden Heruntergesandt Steht da Und dann steht da Zeynep Allah Resulün Halass Also von unseren Propheten Die Tante Umayya Nin Kzid Von Umayya Also ich glaube Umayya ist die Tante Und das war Die Das war die Tochter Von Ja genau Umayya Abdul Muttalib Bin Kzid Von Und von Abdul Muttalib Die Tochter war Das hat Unser Prophet Hase Die Peygamber Zeynep Azadlu Kölessi Ve Evladri Also Zeynep War die Wie nennt man das Frau von Said Nein Nein Hier steht Kölessi Das war die Kölle heißt Diener Diener Oder wie nennt man das So ich sage Die Sklaven Oder Dienerin Von unseren Propheten Gewesen Und war Die Die Tochter von Zeyn bin Harise Stimmt das Ja ja mach weiter 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 Istedig Zeynep Resulün Ekrem'in Böyle Bir Talep Gelince Böyle Bir Talep Gelince So etwas Was passiert ist Also wo die Das Mädchen Nehmen Wollten Bunen Ken Dissi Ichin Oldu San Nederek Rasoldu Und dann Dachten die Dann dachte er Das sei für sich Selber gewesen Stimmt das Also dieser Das Die wollten Das Mädchen Und Warte mal Aber für wen Für wen Das steht nicht Drinnen Und hier steht Drinnen Dann Dann dachte die Person Es sei für sich Selber gewesen Aber welche Person Lies doch Erstmal weiter Lies erstmal weiter Für dich Und dann guck mal Wo ist Wo der Vers kommt Wo ist Allahum Rasulü Ono Kendisi Ichin Deil Seid Ichin Istedini Anlayinca Bunuh Hosh Görmedi Und Ono Evlen Evlenmeckden Checknere Kaze Peygamber Ben Kureyj Kadun Dere Annesi Dur Ah Hier steht Jetzt drin Okay Ich habe Auch Jetzt habe Ich Und wo er Gemerkt Hatte Dass Das Doch Nicht Für Ihn Ist Hat Er Sich Geschämt Stimmt Wofür hat er Das Geschämt Hier steht Da hat Er Sich Geschämt Wofür hat er Sich Geschämt Kenisi Ichin Deil Seid Ichin Wo er Gemerkt Hat Dass Das Für Seid War Dieses Mädchen Hat Er Sich Geschämt Bun Hosh Görmedi Und Da hat Er Das Auch Nicht Gut Empfunden Und Dann Hat Ich Wolt Niş Mehmet Ya Haygat Ben Kureyş Kadınlarının Annesi Durumundayım Senin Halanın Kızıyım Nefsim İçin Ona Razı Değilim Dedi Kardeşi Abdullah Bin Benzer Şeyleri Söyledi Zeynep Beyaz Tenli Güzel Bir Kadındı Kendisine Biraz Serbestlik Ve Sertlik Vardı Olay Üzerinde Allah Teala Bu Ayet Indirerek Onlara Allah Allah Resulünün Verdi Hükmünün Düşünder Birşey Tercih Haklarından Bulun Madan Bild Ayet İçin In Indir Zeynep Was wird denn Jetzt dort Gesagt Du wirst Leisam Leisam Guck mal Das Ding Ist Ich kann Guck mal Hier steht Diese Geschichte Geht immer noch Um diese Ereignis Was unserer Propheten Wo er Dachte Es ging Um Ich Selber Deswegen Ganz Kurz Ich muss Kurz Weiterlesen Damit Ich Dann Kann Ich Direkt Auf Einen Ding Kann Mal Bitte Warte Ich Glaub Du Kannst Nicht So Gut Türkisch Kann Mal Bitte Jemand Reinkommen Der Etwas Besser Türkisch Versteht Oder Was Das Mal Lesen Kann Das Fällt Guck Ich Halt Die Kamera Ich Halt Die Ich Halt Nicht So Viele Follower Das Ich Halt Nur Die Kamera Einfach So Ganz Fest Und Übersetzt Das Einfach Warte Mal Ich Habe Diese Perfekte App Ein Moment Ganz Einfach Im Zeiter Das Internet Aus B De 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 Na ist es auch mein Gott. Am Mann, am Mann, am Mann, am Mann, am Mann, am Mann. Da, 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 da. Am Mann, am Mann. der übersetzt das nicht akkurat weil die kommentarfunktion auch an ist kann man das nicht komplett kopieren na super können wir nicht der kann kein richtig türkisch das ist das er kann ich glaube ich kann das jetzt nicht so ein zu ein zu beten dass das komische was das steht aber wie das ist jetzt alles nur für den test für diese ein zuerst die seite hier noch bis wohin bis moment ich bis der nächsten test hier anfang ich sag dir wo der geht sogar noch bis hierhin sogar noch weiter ja siehst du irgendwo start steht dann die geschichte das ist das sogar noch das gehört sogar noch dazu immer bei 37 bis hierhin das war's bis hierhin das ist das ende doch ehrlich gesagt nicht die motivation dass irgendwie dafür bin ich nicht begabt genug irgendwie das so schnelle welle durchzulesen da ist schon aber so ein da muss man sich um echt befassen damit der das steht echt so viele sachen drin keine ahnung ich mache mir die kamera auf jeden fall aus ich dachte das wäre etwas einfacheres aber das ja schon ein schweres pflaster natürlich du hast ja auf die auf der saudi arabischen seite koran punkt ksu edu sa tafsir kannst du auf die tafsir draufklicken dann hast du hier von al-barawi von al-sadi eben kathir al-kutubi al-tabari ich weiß was das gute bei den testen ist ich habe das gerade gelesen ich habe mich du hast zwar gesagt das ist nur ein moderner schreibergebung aber in den test hier drin da waren auch immer ein klammern von von den ganzen großen gelehrten da sind ja nicht nur von ein das ist jetzt zusammengefasst von mehreren großen gelehrten das heißt das ist schon ein eindeutiges test hier da sind schon drei vier seiten kommen über einen alt sind das schon drei vier seiten sind da ja du weißt ja du weißt ja ganz genau die nicht also die gelehrten die etwas arabisch verstehen neuzeit gelehrte lügen ja und betrügen ja die nicht arabisch den muslimen ja an damit sie dumm gehalten werden und im islam drinne bleiben was ist das wirklich was hat das für für ihn als vorteil dass das die leute im islam bleiben aber was machst du denn das habe ich ja gerade zu dir gesagt was machst du denn wenn du herausfindest dass mohammed mit einer verheirateten frau geflirtet hat und sie ihm ausspannt würdest du dann noch diesen in als vorbild nehmen natürlich nicht aber so was ja aber er hatte das ja nicht gemacht was das ding das ist das problem der lüge dich also an ich habe hier nämlich tag sind halt auch guck mal hier mein lieber ich lese das noch mal vor aus dem aus dem hier aus der saudi arabischen seite guck mal hier aber vielleicht genau wegen solch menschen wie wir damit die aus dem islam austreten wurden vielleicht solche testes gemacht das kann doch genau so umgekehrt sein er lenkt denkt doch einfach mal andersrum denk doch nicht immer so ist doch du bist doch mächtig genug deinen verstand zu benutzen und warum sollte gott so etwas überhaupt in dem koran erwähnen dann würde das würde doch quasi für den menschen heißen so ein kommen ab dieser stelle könnt ihr alle raus gehen auf dem islam herrn siehst du das ist nicht ersichtlich ist im koran du hast also die möglichkeit eine erläuterung zu dem vers zu lesen und dann nimmt die katastrophären ausmaß oder der koran ist wirklich eins zu eins fehlerfrei und auch frei von irgendwelchen schlechten gereden von unseren propheten wie meine frage eigenschaft jemanden ausspannen seine frau ausspannen aber was schlimmeres habe ich noch nie gehört das ist schlimm wie viele muslime die ich gefragt haben ja wenn der prophet meine frau haben will ich würde sofort meine frau scheiden lassen gegeben aber das problem ist es würde unser profit würde das niemals wollen aber wenn man die muslime gesagt ja würde ich machen meine frau den geben das ist so eine art liebes dings weil es gibt ja diese 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 grad ich glaube das gibt es für euch auch ihr müsst ja erst mal habt ihr überhaupt in der religion ein profit das weiß ich gar nicht das ist ja auch für mich neu also ihr glaubt dass jesus gott ist wer ist ein neuer profit wenn wir deine frau haben will juni kommt bitte auf und wir haben eine das ist mit senep juni was ist mit senep als er darüber reden wir die ganze zeit aber ich sag doch es gibt es gerade man soll ja gott als erstes leben danach sollte man über alles den profit nehmen vor seine frau sollte man ja und der profit will deine frau haben so was machst du jetzt diesen gedanken bruch gar nicht zu haben existiert bei mir einfach nicht es ist schlimm oder gut würdest du deine frau ihm geben oder sagen nein hör auf damit ich immer das ist nicht in ordnung was du da sagst macht sie hätte diese frage will ich mir gar nicht stellen weil so das ist doch voll die erbärmliche frage warum sollte ich mir so eine frage stellen das ist so wie okay gott wurde würde von dir wollen hier wenn jetzt ein jesus sagen würde ich komme ich liebe dich über alles aber die und vergewaltige mal diesen kind auf der straße würdest was machen nein so mal eben dieser gott niemals so was verlangen würde ja guck ist genau so wird auch mein profit niemals so was verlangen doch er verlangt er das sowieso von dir verlangt das halt nicht ich hab den test jetzt bis jetzt joni der gott des islams verlangt dass du verheiratete frauen im kampf wenn du die erbeutet das kann sie vor den ehemännern verkehrt du weißt schon ach quatsch mal nicht machen das ist die ganzen diese ganzen diese ganzen waha bieten die leute auf einmal waha bieten guck mal hier ich mach mal ganz kurz weg einen moment guck mal hier guck mal hier joni das ist die saudi arabisch das ist die saudi arabische seite auch wenn ich jetzt die saudi arabie als feind nehmen aber diese ganzen saudi arabischen ideologien oder das ist sowieso das letzte woran ich glaube vorgesehen der landsmann er war zwar aber aber er sagt was hat er nur weil er aber war heißt das ja nicht dass wo es im mädchen sind wo es mecker und saudi arabien ja wenn deine ganze religion dein prophet alles ist aus dieser ecke und das ist der original ja aber komm mal kennst du kennst du es gibt es auch überlieferung wo gesagt wird dass unser prophet genau zu dem schlimmsten volk herunter gesandt worden ist den schlimmsten volk jahre aber sind das schlimmste volk gewesen und heute immer noch wieso die haben doch die kurais haben ihre frauen doch gleich ebenbildlich behandelt also seitdem mohammed prophet gewählt hat sich die lage der frauen der übelst verändert wir haben sich verändert die haben die haben natürlich wie seine erste frau die chadija war eine mächtige kauffrau und als mohammed auf einmal profit wurde und durften die frauen noch nichtmals das haus ohne erlaubnis des mannes verlassen sie wurden weggeboxt alles und die frauen wurden lebendig begraben was redest du da war es ein fluch in der familie der fängt schon wenn die lebendig begraben worden sind warum gab es dann chadija die 40 jährige frau werden die frauen anzahl zu also nur eine frau wenn alle anderen alle anderen also zwei frauen waren über die koreich alle haben selbstbefriedigung gemacht 99,9 prozent der koreich waren die ganze zeit damals machen ja erzählen wenn jemand wegen dir kommentiert zum christentum geschwortschneidt mein schwanz ab was ist das für eine rede des ganzen herzen das war schon ich sehe schon was für ein gehirn du hast das für ein herrn meine fresse alle frauen wurden begraben also die ganze koreich 99,9 prozent waren halt ohne frauen weil die ihre frauen begraben haben und dann waren ja dann haben sich dann selbst dann was das ist alles propaganda das schrottpropaganda samir hörst du mich ja ja ich kenne dich nicht haben nur deinen namen gesagt ich habe ich war ja mit meinen zwillingsbruder hier vor etwa einen monat mit ihr weiß ich frage ich rede jeden tag mit so vielen menschen aus der schweiz die zwei zwillinge albaner er ist gewechselt ich bin noch moslem ach so ja ja da war was ja jetzt ist langsam wie geht es dir ja gut gott segne dich und deine familie auch danke gleichfalls hast du den vorgenommen also habe ich natürlich also eben aber bei mir braucht es einfach ein bisschen zeit bis ich bin also ich habe ihn angenommen aber getauft bin ich halt noch nicht ne ja es ist ja schon mal gut dass du den herrn jesus christus angenommen hast dann deine schuld vor ihm bereut hast und jetzt kannst du dich dann taufen gehen hoffentlich hoffentlich das wird ich wollte nur in dieser stelle mal hallo gesagt haben und eben ganz viel gesundheit für dich weiter so und danke für alles ja gerne gott segne dich und deine familie alle herren super gemacht danke dir amir mach's gut mein bester ja gott segne man braucht echt eine lange schnur bei sowas das kann ich war so ein klipster voll aus meinst du was ich ja alles die ganze zeit durch machen mit den leuten das ist so krass unglaublich hallo und danke für den dank ihr lieben vielen lieben dank ich wollte eigentlich was zu diesem jungen da sagen aber er ist jetzt weg egal kann doch alles nicht wahr sein ja natürlich der musste mit einsehen dass er das einen quatsch den er sich da aufgebaut hat über die jahre ne mit seinem islam selbst fantasiert hat da in rauch aufgeben ist quatsch ich kann eine sache nicht verstehen wie kann ein prophet ein heiliger oder ein messias oder was auch immer der damit da sein soll heilig sein wenn er mit menschen verkehrt überhaupt frauen hat und was weiß ich was weil das kann man zum beispiel wenn man doch das mit jesus vergleichen sollte jesus war da ganz anders der hatte doch keine frau der hatte doch sowas alles nicht gemacht er war wirklich eigentlich und man weißt du was ich meine so das kann doch nicht sein das ist die heiligkeit in person weil eben der jesus die heiligkeit gottes repräsentiert und bei in mohammed und islam ist das ja so dass der mohammed eben die die ich will er repräsentiert ja allah mit seinem tun und da sieht man eben was allah eben für ein gott ist also das kann echt nicht wahr sein wie blind die menschen sind aber so ist das auch ja okay meine liebe gott segne dich und deine familie hat mich gut ja und zwar ich habe eine frage du hast ja mal erzählt dass es über 30 verschiedene koranversionen glaube ich gibt mittlerweile gibt 37 34 ich weiß nicht genau wie unterscheiden die sich denn also sind die sehr unterschiedlich also ich habe mir ich muss jetzt zu mir sagen ich war nie religiös ich wurde in den islam rein geboren ich habe halt iranische wurzeln sowie ihr auch da wird man ja automatisch rein geboren rein gezwungen ich habe das glück dass meine familie immer sehr skeptisch und kritisch gegenüber dem islam war und in dem islam und wegen der scharia den iran damals auch verlassen hat und ich habe mir vor jahren irgendwann mal eine koranversion geholt das ist nur deutsche übersetzung aus dem arabischen und ich wollte mich selbst davon überzeugen und ich muss sagen je mehr ich darin gelesen habe dass so eine größere abneigung habe ich entwickelt also da ist halt nur von hass und von gewalt die rede ich glaube dass sehr viele muslime den koran noch nie wirklich gelesen haben noch nie komplett zurück zu meiner frage also unterscheiden die sich sehr weil wenn ich mich mit muslimen unterhalte dann kommen die immer mit irgendwelchen schönen versen an gerade wenn es um frauen geht also die stellung der frau also da könnte ich so viel zur vier vers 34 mal vorlesen die stellung der frau bei widerständlichkeit einfach weg boxen die muslime die argumentieren ja immer damit die sagen dass im koran steht das unter den füßen der frau das paradies liegt und an der anderen stelle hast du dann halt solche verse wie du jetzt gerade genannt hast also ich finde es gibt im koran einfach richtig viele widersprüche es macht einfach keinen sinn also da steht so viel mist drin also ich habe zum beispiel auch ich habe da letztens wieder drin rumgeblättert da steht drin dass jesus ein diener allahs ist und ja von ihm gesandt wurde und ihm halt dienen soll und das ist halt ich verstehe das halt nicht also ich finde wenn man den koran liest man braucht auch nicht lange zu lesen man findet direkt so viele widersprüche und so viel gewalt einfach also sind die sehr unterschiedlich die version ja die unterscheiden sich in grammatikalischen wörter sind unterschiedlich untereinander und keiner weiß so richtig was allah da wirklich herab gesandt hat das ist das das der koran suchen von eben massud und so weiter erklärt ihr das mal dass das verschiedene war bis usman alles da niedergebrannt hat ja genau der die ganzen schreiber des korans und die auserwählten die mohammed auserwählt hat für sein koran niederzuschreiben sie haben den koran ja auswendig gelernt und untereinander die die das auswendig gelernt hatten hatten auch schon unterschiedliche koran versionen beispielsweise der eben massud hatte 111 suren in seinem koran in seinem mushaf und der oba ibn kab hatte 116 suren also siehst du ganze fünf kapitel unterschiedlich und der eben massud hat geschworen hat gesagt ich kenne den koran in und auswendig und wenn es jemanden geben würde der den koran kennen würde so wie ich dann würde ich meilen weit reisen und mit ihm darüber zu reden verstehst du so war er sich sicher dieser eben massud und dann zum ende hast du dann gesehen wie die ganzen koran versionen in die verschiedenen provinzen geschickt wurde und dann hatten hatten die in syrien eine verschiedene koran version die in irak hatten eine verschiedene koran version und haben sich gegenseitig fertig gemacht und angemacht und haben sich der des des dings beschuldigt der korruption des korans und wollten sich umbringen und dann sagte die hafsa dass der der usman sich darum kümmern soll denn sie wollen sich untereinander umbringen und waren kurz davor weil der eine den anderen beschuldigt hat den koran zu verfälschen weil die hatten eine verschiedene version der hatten auch einen koran was ist das denn wie geht das denn ihr habt auf einmal eine rezitation ganz anders als wir sie haben wir hatten jetzt den richtigen koran und dann hat hafsa alles einsammeln lassen hat das usman gebracht usman hat alle kopien verbrannt die ist damals gab es den koran hat er verbrannt und hat seine eigenen vier koran kommentator beziehungsweise koran rezitatoren nochmal alles neu schreiben lassen hat seine version den leuten mitgegeben wahnsinn das ist die traurige geschichte des islams sehe ich auch so ja das ist das steht bei denen in zwei buchradien alles mögliche das ganze unglück was über unser land gekommen ist ist wegen dieser religion ist schon seit fast 40 jahren unser land ist komplett den bach untergegangen und der grund dafür ist halt dass die iraner damals mittlerweile auch über 70 prozent der moschinen geschlossen weil da einfach niemand mehr hingeht eine riesen riesen zerstörung der islam kollabiert dort und jetzt greift der staat richtig durch und wird auch alle die jetzt werden richtig zur sache gehen die werden hartstrafen bekommen alles gefängnis sofort weil es zu heftig überhand nimmt mit den ganzen leuten eigentlich wollte ich dir auch mein talia paket zeigen ich habe es noch nicht mal ausgepackt aber man sieht mich hier gar nicht mehr die bibel bestellt habe noch nicht angefangen zu lesen aber ich freue mich schon ich muss jetzt den hund füttern die iraner sind aufgewacht was das thema islam betrifft weil sie endlich ein für alle mal die scharia gesehen haben die islamischen gesetze und haben gesehen was das für ein system ist und jetzt sind die aufgewacht solange ein moslem die scharia gesetze nicht gesehen hat an seinem eigenen leib nicht gespürt hat ja islam richtig so im koran und hadith und so weiter ist der natürlich ein fan von islam aber wenn er einmal dadurch geht durch die islamischen gesetze und das alles an seinem eigenen leib spürt dann ist er auch desillusioniert dann wird er desillusioniert die illusion verschwindet dann wohl disney version von islam verschwindet hey da warum schickst du mich schon wieder eine anfrage geh mal bitte weg hier ich habe keinen bock mit so kamel urin wissen zu reden gar keinen nerv auf sowas ach so ja da haben die wieder terroranschlag gemacht da in kehrmann hast du gehört mit hunderte toten ja in kehrmann riesen terroranschlag resa ja ich hab da ich höre ja die ganze zeit zu was meintest du wegen woher kommst du er ist das getan heftig ja dass ich weiß nicht ob das schon feststeht ob das jetzt die isis war ja gut kann sein ja also auf jeden fall die schieten die bomben die sonniten weg die sonniten bomben die schieden weg na ja bitte ich habe vorhin dazu gehört euch die ganze zeit zu was meintest du wegen deinem land wegen ja iran war ja ganz normales land monarchie wir hatten ein könig der freiheit des des gedankens freiheit der schrift des wortes und so weiter ja ganz normal demokratische verhältnisse jetzt nicht perfekt wie heutzutage in europa aber dennoch ne viele freiheiten für die menschen und dann hatten die kamen die iraner plötzlich auf die idee ja lass uns doch mal islam reinholen in unser land und in die politik und lass uns mal schauen wenn der islam herrscht ob es dann gut wird ja und das war der größte fehler ihres lebens dann haben wir den islam reingeholt mit ayatollah komeini an der spitze ja und der hat dann angefangen die islamischen gesetze dann zu etablieren schritt für schritt und da kam es halt zu millionen von getöteten iranern durch die islamischen gesetze fast jede familie in iran hat einen toten zu beklagen ja wie ich bin ja auch aus kosovo weißt bei uns ist es genau gleich wir waren ja auch nicht das checken ja die albaner heute nicht diese ja ich halte jetzt mein wort zurück aber die checken das ja nicht weißt weil wir sind ja passt sagen wir jetzt 90 prozent der moslems nicht dass kosovo früher christlich war das ist 100 prozent das ist erwiesen es kann scanderberg war die geschichte kennt ihr oder wo gegen die osmanen gekämpfte auch albaner ganz österreich und die komplette europa war heute ja islamisch nicht gewissen das ja bewiesen die und jetzt machen die kosovo flagge oder eben diese diesen adler mit mit den osmanen zusammenweist und die haben uns 500 jahre durchgefügelt hier weiß nicht so blinder glauben was auch in der b in der bibel steht weiß dieser blinder glauben ja wie schafe ohne hirten lau laufen die umher keine ahnung weiß ich bin auch jetzt nicht perfekt aber ich studiere die bibel seit jetzt sicher zweieinhalb jahren ja also es lest jeden tag immer auch immer wieder durch probiert sich mit mir ich interessiere mich aber auch ganz viele hört sich jetzt blöd an aber hat habe ich auch ich habe auch ganz viele zeichen bekommen und ja gott sei dank habe ich über hat gott mir die augen geöffnet weiß manchmal kommt mir das so vor also man das nicht überhaupt man das überhaupt übel nehmen kann den anderen weil ich habe so das gefühl steht ja auch in der bibel dass gott dich erziehen muss also wenn der vater dich ja nicht sieht dann das kam ja auch bei uns irgendwie auch ich habe das ja erzählt aber mir bei uns war das auch ein bisschen komisch wenn er bei mir und dem zwillingsbruder da kam immer so wir haben man zürich hauptbahnhof gearbeitet da kam es so ein mann zum schweizer mit der bibel immer vorbei und wir waren am arbeiten am kiosk oder der war lockführer und hat uns immer aus der bibel vorgelesen das war vor zehn jahren so das waren so die ersten zeichen und dann hat mein bruder eben seine frau kennenler die ist christin drängen wirklich streng gläubig und nur dann weißt du hat immer irgendwie so ein weg gefunden habe ich das gefühl ja super da siehst du mal wie er sich damals schon immer so geoffenbart hat mein liebe lehrer meinte auch siehst du das nicht siehst du diese zeichen ist das ist ja nicht ist ja nicht nur zufällig man sich haben mich haben auch diese ich versuche das ja auch meiner mutter zu erklären die ich versuche weiß nicht versuchte jetzt nicht davon zu zu zwingen aber ihr das zu erklären weil schlussendlich wenn es dann so weit kommt dann darfst du ja auch nicht gott widersprechen wenn er jetzt weiß was ich meine jetzt bei der vernichtung oder weiß was ich meine da dürfen wir keinen mux machen das war ja schon bei hiob gab es auch so eine geschichte wo er nur gesagt hat ich habe ich weiß dass ich gott nichts schlechtes getan habe das heißt ja schon indirekt dass er nicht den fehler gemacht hat sondern gott schon darauf hat das hat sich ja gott schon aufgeregt gehabt ne ja genau der zweifelte nicht an seine eigene gerechtigkeit und darum ich versuche meine mutter immer irgendwie zu erklären weil es befasst sich doch ein bisschen sich sehr gläubig sie betet nicht so fünfmal am tag aber sie schätzt den gott sehr sie betet jeden tag zu ihm weiß so ihr versteht was ich mein nicht so mit allah sondern gott weiß wie wir auf albanisch sagen aber sie ist sie bleibt hat sie sagt ich bin muslimin geboren ich sterbe als muslimin ja gut du kannst natürlich mit ihr zusammen sitzen und einfach jeden abend ist ein paar verse aus der bibel lesen der heilige geist arbeitet dann an ihr automatisch der zieht der heilige zieht sie in den band ich habe auch so das gefühl das verständnis ist größer geworden das verständnis nächsten liebe empathie also so sachen entstehen weil sie jetzt ja weil ich ein anderer mann ich sage jetzt nicht das hat mit dem islam was zu tun aber ich merke einfach mehr leute die moslem sind sind eher zu gewalttaten bereit als ich komme aus der schweiz bei uns bist du niemals würdest du dort in schweizer finden der seine hand erhebt und die eine reinhauen will kannst du vergessen 100% kannst du vergessen ja das ist halt so weil eben der islamische geist gewalttätig ist das sieht man eben an den taten von moment der hatte annähernd fast 30 kriege und feldzüge gehabt ihr wisst ja diese unter der flagge von den albanern diese adlern also ja die die flüge die stehen ja für die kriege geführt hat gegen gegen die gegen den gegen die osman ja das wissen ja unsere also meine meine albanischen die wissen das gar nicht und sie und und hängen diese türkische flagge mit den mit den albanern zusammen weist ja nun die haben keine die haben keine idee woher kommt das oder wer es waren wir die haben keine ahnung das kotzt mich manchmal so an ja das ist der mensch ist nur faul nicht jeder mensch will sich hinsetzen und geschichte und wahrheit und dies und das kostet einfach viel zu viel mühe es ist einfach viel mehr spaßiger in als ich aber zu gehen zu lachen da hinter frauen hin zu laufen disco du weißt du wie der mensch ist sein fleisch das fleisch des menschen begehrt eben nach der sünde nach vorne petrus oder paulus hat das ja schon gesagt ja weiß ich mehr welcher von denen wo er gesagt habe meine meine seele sehnt sich nach deinen gesetzen aber mein körper sein körper ist halt in der sünde das gleiche bekehrt mit den leuten macht die zum beispiel mutter ideen sind und ausdrücken das ganze kapitel heißt in es sondern wieder gut heißt die tugend einen ungläubigen zu nacken therapieren dass eine tugend einen ungläubigen nacken zu therapieren was eine feine art eine feine art genau hat dies hat dies 2495 aber huraira berichtete der gesandte allah sagte ein ungläubiger und der der in nacken therapiert hat werden niemals zusammen im feuer sein und jetzt kommt es von al albani und annaut als sei klassifiziert und jetzt kommt der kommentar von al tibi es ist notwendig dass der jihadist niemals das feuer betritt denn wenn er es betreten würde wäre ihm den ungläubigen ebenbürtig schar al tibi al ala mishkat al massawi band 8 nummer 2628 das heißt das schlechte gewissen wird dem muslim noch weggenommen wenn der einen ja klar wenn du das machst wenn du den ungläubigen da sein nackentherapie mars bei ihm dann wirst du 100 prozent ins paradies gehen und das ist sehr gefährlich was heißt nackentherapie ich check das nicht also kommt die ganze zeit bitte also kommt mache ich ja das finde ich auch so krank sorry man also das ist ja total abnormal man diese 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 art und weise von 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 köpfen und so wir sind doch keine tiere man ja und die machen das also schon dort also schon dort müssten doch die leute ein bisschen aufwachen sorry man wie kann man das aber dein bruder oder der schwester wird einfach geköpft das frauenhauch oder deine mutter oder dein vater er war oder wie du auch heißt nee ich habe nicht gesagt dass die albaner das zuzugeben sie geben das eben nichts zu was ich habe mich noch was fragen die anderen wollen auch noch sein okay ich verbote mich verledigt gleichfalls danke dir jesus auch die mutter von ihm zu sich ziehen und aber bitte nicht amir sondern doktor scheer abu amir mit diesem bus wenn er so aus dem bus ausguckt mit seinem arm auf seine stehlen tätowieren jetzt geht's mit mir oh hat sie kommen herz mit head see way oh ich habe ein paar fragen ja die muslime sagen ja dass der islam ja wirklich friedlich ist oder die nehmen ein scharfes messermann friedlich aber was sagen die denn dazu und die ganzen gelehrten und diese möchte gern wissenschaftler von islam was 2015 passiert ist ich weiß ob es jetzt 2015 weil ich will nichts falsches sagen aber was eben afghanistan passiert ist mit der eine frau die misshandelt wurde weil sie angeblich ein koranbuch verbrannt hat das war in pakistan 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 genau genau was sagen die denn dazu haben sie das vergessen ja die sind ja richtig monaferin ist das problem ja aber was würde denn so ein vier vogel sagen oder sohn sohn wie heißt der andere der der nicht mal deutsch sprechen kann mit der medien unbedingt diskutieren will an sie haben sie haben ja sonderschüler genau aber was würden die denn dazu sagen wir würden sagen dass das ist es nicht richtig dass sie das gemacht haben mit der frau weil da nicht die scharia herrschen pakistan wenn die scharia herrscht dann ist das richtig ach so richtig richtig ist es falsch dass die muslime sowas machen aber die tat an sich ist okay nur weil das nicht anscheinend als scharia gebunden ist okay okay alles klar okay die denken so okay und warum jetzt noch eine frage war warum hat mohammed die neunjährige aisha genommen also aus welchem zweck also warum manche sagen angeblich sie war weise obwohl den vater hatte wie geht das weil das alles lüge propaganda und diese tat aber was mir im zweck hat dass eine sechsjährige zu heiraten ins weg was gibt es für den zweck wir wissen doch was nicht heftig ja weil es den nicht schmeckt dass das soll die würden natürlich das ganze unter teppich kehren aber das ist nun mal da das ist alles in den islamischen schriften niedergelegt und die versuchen das jetzt irgendwie so zu umgehen mit ausreden und so weiter das ist ihnen unangenehm das ist ihnen sehr sehr unangenehm ja extrem aber die wollen es einfach nicht zugeben wir wollen die wollen die wollen einfach nicht zu hören mit deren herzen die wurden die wollen einfach nicht bei denen ist einfach ein knoten es ist es braucht mut es braucht herz um wirklich sich von von etwas los zu sagen und der wahrheit zu folgen es braucht alles du hast mutig sein herz herz vor der muss gott lieben du musst bereit sein für gott alles aufzugeben das braucht verschiedene sachen um eben darf wegzukommen wenn du das nicht hast dann wirst du da drin bleiben ich habe auch mal mir was geschickt ich weiß jetzt nicht aus dem profil gesehen hat die ganzen quellen sind alle akkurat die ich hier in dem buch von cp habe ich gucke gerade mache ein foto davon sucht den sucht das ganze im netz und finde genau das was hier drin steht perfekt waren 13 seite 58 islamweb.net die größte muslimische internetseite der muslime der sunnitischen muslime absoluter hammer kannst du mir das sagen ich will mir das aufschreiben es stimmt also wirklich der muslim darf mit seiner eigenen tochter verkehr haben wenn er aus umzucht geboren hat absolut krank sag mal wie das heißt damit ich mir das aufschreiben das stimmt also wirklich heftig tafsir al kurtobi band 13 seite 58 und das ist die seite der muslimische der muslime guck mal hier leute das ist so krank das ist band 13 band 13 seite 58 58 und auf welche internetseite gucke ich das am besten das ist islamweb.net das ist die größte muslimische sunnitische datenbank also die bibliothek der muslime selbst web.com war gott net ok das war bitte anders ist so krank tafsir von al kurtobi gott der allmächtige sagte und er ist es der einen menschen aus wasser erschaffen und ihn zu einem geschlecht und einer ehe gemacht hat und dein herr ist mächtig darin geht es um zwei themen erstens um das sprichwort gottes des allmächtigen menschen aus wasser erschuf und ihn das heißt er erschuf aus sperma zu einem menschen machte so erschuf er ihn das heißt er erschuf eine person durch abstamme und heirat es hieß aus wasser bezogen auf den ursprung der schöpfung in dem alles lebewesen aus wasser erschaffen wurde in diesem vers wird der segen aufgezählt den die menschen hatten als sie sich nach dem nichts fanden und aufmerksamkeit auf die lektion darin das sprichwort abstammung und schwiegereltern sind zwei bedeutung die jede verwandtschaft umfassen die zwischen zwei menschen besteht eben al arabi sagte abstammung bedeutet die vermischung von wasser zwischen mann und frau nach islamischen recht wenn es auf sünde zurückzuführen ist handelt es sich nicht um eine absolute schöpfung und nicht um eine bestätigte abstammung und daher ist es nicht in ein in seinem ausspruch enthalten eure mütter und eure töchter haben euch wegen des ehebruchs seine tochter verboten weil sie nicht seine tochter ist gemäß der korrekteren der beiden meinungen unsere gewährten der beiden meinungen in der religion wenn es nach islamischen recht keine abstammungslinie gibt dann gibt es nach islamischen recht keine ehe das ist ehebruch zwischen der tochter und einer mutter oder der tochter und einer mutter nicht verboten und das vom erlaubten verboten ist es vom verboten nicht verboten denn gott war seinen diener durch abstammung und heirat gnädig hat ihren status erhöht und ihnen die regel über zulässigkeit und verbot auferlegt damit ihnen keine lüge anhaftet oder ihnen gleichgestellt wird ich sagte die juristen waren unterschiedlicher meinung darüber ob ein mann seine tochter aus ehebruch seine schwester oder die tochter seines sohnes aus ehebruch heiraten sollte einige leute haben das verboten darunter eben al-qasim und dies ist die ansicht von abu hanifa und seinen gefährten und andere haben es zugelassen darunter abdel malik eben schon was die ansicht von al-shafi ist und dies wurden als schaf wie millionen von muslimen die der schafi ethischen rechtsschule folgen die sehen das als erlaubt wenn du allah ungehorsam geworden bist und mit einer frau unzucht begangen hast und daraus ein kind entsteht dann sehen die das nicht als teil der abstammung du kannst sowohl mit der tochter als auch mit der mutter verkehr haben es ist der kranke perverse sekte ist das mann das ist crazy das ist crazy die abstammung ist nur durch die ehe gegeben also ne vater in der ehe mit der mutter ganz oder tochter sohn so das ist die abstammung aber wenn du außerhalb der ehe zeugt dann ist das nicht eine abstammung das ist nicht dein kind sozusagen da kannst du auch eben nicht rechtsverkehr haben mit dem mädchen dass du gezeugt hast aber nicht aus der ehe gezeugt hast sondern in ehebruch oder in unzucht dann ist das nicht mehr deine tochter es stimmt also doch es stimmt alles was der cp hier geschrieben hat alles war natürlich das ist das ist schon längst bekannt auch natürlich hatte ein größeres verständnis und noch mehr wissen als viele andere islam kritiker und so weiter was soll man denn da lügen das ist doch alles schwarz auf weiß im koran und hadisten das kann jeder schnell finden alle die es noch mal wissen wollen das ist tafsir al-kutubi band 13 seite 58 ich habe das gerade aus der größten muslimischen sunnitischen webseite gelesen islam web.net na okay ich danke dir amir bruder ich muss da mal reinhauen ich danke dir wir sind könnt ihr mich jetzt hören ja ja okay gerade eben ging es nicht wollte erst mal klarstellen dass ich kein kamel purientrinker bin ich wollte erst mal gottes segen euch beiden auf jeden fall ich freue mich auf jeden fall über arbeit auf jeden fall und sehr gespannt zu ist auf jeden fall wie andere auch schon gesagt haben interessanter als so ein die ein oder andere netflix serie und zwar hatte ich habe ich ein paar fragen generell auch zum beispiel auch über die bibel weil ich davon ausgeht weil ich weiß dass ihr sehr viel ahnung habt und dass ich denke dass ihr mir dass ihr davon also dass ihr das beantworten könntet und zwar habe ich nämlich gelesen in kolosser 4 vers 16 dass es einen brief an die laduizea gab aber ich frage mich warum also warum denn ich in der bibel zu finden ist und zwar habe ich in kolosser 4 gelesen dass dort kolosser 4 vers 16 das ist ein brief an die gemeinde in laudizea gab er bitte ein moment kolosser 4 wir haben glaube ich ein oder zwei sekunden unterschied hier mit mit der übertragung der gemeinde von laudizea zu lesen ist nicht ein anderer brief es ist dieser brief dieser kolosser brief sollen die kolosser nachdem sie ihn gelesen haben sofort auch in die gemeinde der laudizea bringen damit sie es auch lesen und nicht ein anderer wo ich gelesen ist so sorgt dafür dass er auch in der gemeinde der laudizea gelesen wird und dass sie auch in auch den aus laudizea lest und sagte dem archipus habe acht auf den dienst den du im herrn empfangen hast damit ich meine den halt wo ist der aus laudizea der brief laudizea werden sind diese gemeinden die lau warm damals waren den sollte man das vorlesen okay aber ich meine der brief der an die laudizea ging soll ja auch in der in der gemeinde von kolosser also von den kolosser gelesen werden den brief meine ich ja der wird hier nicht explizit erwähnt dieser brief weil es steht ja es steht ja geschrieben lest auch den brief den ich dorthin geschrieben habe ich gelesen ist so sorgt dafür dass er auch hier und wenn der brief bei euch gelesen ist wenn er fertig gelesen ist so sorgt dafür dass er auch in der gemeinde der laudizea gelesen wird also der kolosser brief hier gelesen wird und in der gemeinde der laudizea siehst du mein bruder gerade gesagt ich weiß was ich weiß was ihr meint nur ich meine danach steht ja komplett also zumindest schließt das bei mir so vielleicht habe ich eine andere übersetzung also ich habe hoffnung für alle wenn ihr diesen brief gelesen habt dann geht in die gemeinde in laudizea gibt ihn an die gemeinde laudizea weiter lest auch den brief den ich dorthin geschickt geschrieben habe das heißt sowohl sollen die kolosser sollen den brief von laudizea lesen aber auch die aus laudizea sollen den brief von den kolosser lesen dass beide einen brief bekommen darüber ist jetzt nichts mehr hier bekannt also wenn der apostel paulus sagt dass man den kolosser brief dort lesen soll und die laudizea dann irgendwas anderes lesen sollen darf darüber haben wir jetzt hier keine kenntnisse mehr da muss man weiß ich nicht irgendeinen bibel professor oder bibel lehrer fragen was damit gemeint ist mit esau da wollte ich fragen da gab es ja gibt es ja im alten testament eine stelle dass gott eso hasst ist das liegt das an der wortübersetzung dass es mehrere übersetzungen gibt in den semitischen sprachen oder ist das wortwörtlich gemeint dass gott eso hasste weil ja eigentlich so hat ja die frei zum gottes verworfen und somit bleibt nur noch der zorn und hass gottes auf denjenigen der schon auch zu seinem lebzeiten gott verachtet hat und verworfen hat okay okay dann weiß ich bescheid die gottes fürchtigen werden geliebt in der ewigkeit und der zorn gottes bleibt bei denen die eben nicht gottes fürchtig sind aber heißt das dass dort auch eso wirklich wortwörtlich haste oder dass er nur zornig war weil es steht ja ein lieber mein lieber wir haben ja auch in der im lukas evangelium dass der jesus christus sagt wenn ich seine mutter und vater und dafür sein eigenes leben hast der kann nicht zu mir gehören ich habe eine wortstudie unternommen und dieses hassen ist nicht wirklich hassen das wurde nämlich zu schwach übersetzt weniger wertschätzen das ist das weniger wertschätzen du kannst immer auf bible.com wenn etwas unklar ist dann gehst du einfach da drauf und dann gibst du den gewissen vers ein oder hast du sofort die wortstudie was dieses wort noch bedeutet verstehst du okay ja weil das meinte ich mit dass semitische sprachen ja mehrere bedeutung haben können also in einem wort ich wollte fragen wisst ihr ob man sich auch irgendwo kann man sich kann man wisst ihr ob man sich auch irgendwie taufen lassen kann ohne direkt einer gemeinde also mitglied zu werden ich hätte schon interesse daran mich taufen zu lassen also ich bin christlich aufgewachsen so aber habe mich dann sehr stark vom glauben entfernt und habe in der letzten zeit so wieder zum glauben gefunden und würde mich gern taufen lassen aber bin so ein bisschen durch ein paar erlebnisse in gemeinden so ein bisschen abgestreckt direkt mitglied zu zu werden so kannst du kannst mit geschwistern gemeinschaft haben und einen bruder der genau an das gleiche glaubt wie du kannst du kannst ja von ihm taufen lassen also das muss nicht irgendwie ausgewählt sein aus einer gemeinde dass er gibt gesegnet ein jeder der an das glaubt an was du glaubst ein bruder kann den anderen bruder taufen das ist ganz normal wie soll das denn damals funktioniert haben das problem ja das ist ein stimmchen kommen sollen wir auch warten bis sein ältester kommen nein der sagt da ist was hindert sich dran nicht kaufen zu lassen los was sagst du apostel geschichte ich wollte ich nicht unterbrechen da findest du das wurde ja ich habe in letzter zeit so ein paar struggles deshalb ich hoffe dass gott wird auf jeden fall zeigt welchen weg ich gehen soll ich weiß nicht und wenn es ist dass ich irgendwie irgendwo missionieren soll dann mache ich das ich hoffe dass gott da dieses gebet also das gebet erhört und ja auf jeden fall will ich mich vorher erstmal taufen lassen also das ist mir auf jeden fall sehr wichtig genau cp buch ist auf jeden fall schon mal bestellt auch apostelgeschichte ab kapitel 8 vers 36 als sie aber auf dem weg weiterzogen haben sie zu einem wasser und der kämmerer sprach siehe hier ist wasser was hindert sich getauft zu werden dann sprach Philippus wenn du von ganzem herzen glaubt so ist es erlaubt er antwortete und sprach ich glaube dass jesus christus der sohn gottes ist und er ließ den wagen anhalten und sie stiegen beide in das wasser hinab Philippus und der kämmerer und er taufte ihn siehst du ja ich hab grad aufgeschneiden ja wenn du sobald du glaubst auf geht's auf geht's zur taufe ich werde ich werde auf jeden fall einen bruder fragen also ich habe da auch sind so ein paar sachen sind so ein paar sachen auch zufälle passiert dass ich auf einmal so auf einmal mehrere zufällig fremde getroffen habe und alle haben auf einmal zusammen miteinander über gott gesprochen mit mir so und die katten selber sich nicht also es sind schon crazy sachen passiert also ich werde auf jeden fall einen bruder fragen auf jeden fall ja danke auf jeden fall ja und vergiss nicht die seite die zu merken biblehook.com da kannst du dann den 26 zu lukas 14 26 und da haben wir diese begebenheit wurde her sagt wenn ich sein eigenes leben und alles mögliche hast der kann nicht zu mir gehören und die bibel legt sich ja immer mit sich selber aus und da haben wir auch andere verse die sagen weniger wertschätzen du sagtest gerade eben den vers ich will nicht ich will euch auch nicht zu lange aufhalten weil andere wollen auch online kommen aber ich wollte fragen du sagtest die stelle ich wusste nicht weiß auch nicht mehr wo die ist aber ich kannte die dass man wenn man seinen eltern nicht verzeiht dass man nicht zu gott gehören kann ist das so gemeint dass man wenn man mit seinen eltern streit hatte dass man zwangsläufig mit ihnen auch kontakt haben muss oder reicht es aus mit ihnen zu vergeben persönlich aber trotzdem keinen näheren kontakt zu suchen das ist das dann für eine vergebung es ist halt so eine sache was passiert ist es halt ja es hat halt auch ein bisschen was mit glauben so zu tun dass meine eltern mir ich möchte jetzt nicht zu ins detail gehen aber ja ja okay meine eltern haben halt mir vorgewerfen obwohl es nicht stimmt es gibt keinen es gibt keinen grund dafür hatten mir damals vorgeworfen das hat mich auch damals eine starke krise geschmissen halt mäßig dass ich angeblich mit dem teufel gegangen wäre meine seele verkauft hätte so keine ahnung war kurz nachdem ich in der zeit war wo ich ein paar wo ich halt so viel miss gebaut habe und so ich weiß nicht ob das daran liegt so aber ja meine mutter behauptet jetzt dass ich das nie gesagt hätte dementsprechend ist das so ein schwierig da auch kontakt zu haben aber ich möchte ihn auf jeden fall verzeihen so aber ist es zwangsläufig dass ich dass ich dann mit ihnen auch kontakt haben muss weil mein plan wäre dass ich zu ihnen gehe ihn persönlich verzeihe aber sage dass es mir zu schwer ist mit ihnen weiter in kontakt zu stehen und sie werden ja nicht aus aufgrund unserer werke gerettet sie werden aufgrund unserer unsere glauben gerettet wir werden durch glauben gerechtfertigt wenn wir eine minute auch nur eine millisekunde aus den werken gerettet werden würden würden wir alle verloren wir müssen vergeben natürlich das herz darf nie zu sein vergeben aber natürlich kannst du entscheiden okay ich möchte zum beispiel mit diesem bruder oder sowas keinen kontakt haben weil er zum beispiel zu fleischlich wandelt aber ich meine das sind ja also klar also auch wenn meinen eltern dann kann ich auch sagen ich kann ihn vergeben aber ich muss nicht mit ihnen etwas also keinen kontakt haben das muss ich dann zwangsläufig nicht so lange ich ihn vergeben habe ja du kannst natürlich den vergeben haben in deinem herzen kann du hältst ja kein gräuel gegen die nichts da ist alles rein aber wenn zum beispiel dein vater oder deine mutter ständig halt über die bibel her zieht oder den herrn jesus beschimpft oder so dann musst du entscheiden okay den kontakt möchte ich so nicht haben wie ich mit allen anderen ungläubigen den kontakt nicht pflege die den herrn jesus beschimpfen ja das hat mit den eltern nichts zu tun wir müssen generell alle menschen vergeben alle menschen vergeben aber den kontakt zu pflegen mit ungläubigen das ist auch das gehört auch zu den eltern eltern sind genauso ungläubig und kommen in die hölle wenn sie nicht sich bekehren die da gibt es keinen unterschied zwischen eltern und und irgendeinem x beliebigen menschen auf der straße der jesus sagt du musst deine eltern und so weiter hassen wenn es darum geht zu ihm zu kommen du musst alles hinter dich lassen alles man muss bereit sein von allem loszulassen weniger achten also in dem moment natürlich auch weniger achten hier an lukas 14 26 merkt euch das ihr lieben falls jemand euch in die ecke drängt wenn du sofort auf bibelhoop.com gehen und dann könnt ihr eine wort studie unternehmen wort für wort und das wort hassen heißt im griechischen wie sei und es trons übersetzt das noch weiter mit hassen verabscheuen weniger lieben weniger schätzen von einem primären misos verabscheuen im weiteren sinne weniger zu lieben siehst du da habe ich gesagt es wurde einfach zu schwach übersetzt so können sie es auch mit weniger liebe übersetzen bei mir ist so die sache meine eltern sind gläubig sind eigentlich gläubig bin wie gesagt gläubig aufgewachsen ich weiß auch nicht was in der situation da gewesen ist keine ahnung deshalb bin ich da so ein zwiespalt ob ich zwang zwölf mit ihnen trotzdem kontakt haben muss oder nur vergebung alleine reicht ich weiß es nicht ich kann mir doch die situation nicht erklären keine ahnung ich will dann auch weiterhin so kontakt haben alles weiß ich will euch auf jeden fall nicht aufhalten aber ich will eine sache noch sagen nur kurz falls die leyla noch da ist das hast du du kennst ihr kennt ihr kennt ja eh schon aber damit sie noch mal weiß sie sagt ja dass das nur damals war mit umbringen wenn man den islam verlässt dann soll sie einfach noch mal sunan nanasai 54059 und albukhari 6922 lesen danke dir jan lukas gott sehen euch auf jeden fall danke für eure arbeit auf jeden fall und danke für das nette gespräch ganz ganz wichtig an mir auch ne für die zuhörer mit diesem laudizeer brief wenn es unbekannt ist welcher brief das ist das da genannt wird wir können nicht auf einmal sagen ja da ist ein brief geschrieben extra an die laudizeer und er ist nicht in den biblischen kanon gelandet so können das dürfen wir sowas überhaupt nicht machen es kann möglich sein dass zum beispiel ein epheser brief an die gemeinde von laudizei gelandet ist und dann erst den kolosser so hin und her also auch mal die reihenfolge auch andersrum aber nicht ein außerbiblischer brief weil da kommt rein und sagt hier original laudizeer brief ich habe für euch den original laudizeer brief und da ist da sagt jesus ihr seid ihr müsst den weg der meditation gehen und meditieren bis sie zu gott aufsteigt was zum gefahr da auf einmal reinkommen kann so sind ja auch diese deuterokanonischen schriften da auch entstanden die gnosis also gnostischen inhalte sind ja weil die menschen eben nicht auf das wort gottes vertrauen und lesen ja da ist ein brief außerhalb des kanons des biblischen kanons wo ist dieser brief okay das könnte dieser außerbiblische brief sein und schon kommen die kommt der satan rein darf nie die grenzen der bibel verlassen niemals wer die grenzen der bibel verlässt der wolf wartet auf ihn wenn die herde diese grenze verlässt um ihn zu fressen germen her ist immer aktiv um jede ruhezeit Simona hat Empfang von Afghanistan. Amir? Ja. Was? Wie geht's? Hamdulijes ist gut, und dir? Auch Hamdulijes. Perfekt. Ist sein Bart dunkelbraun gefärbt? Der ist richtig dunkelbraun. Das ist heftig. Hansi ist so krass. Wie? Der stimmt sich nicht vor laufender Kamera zu lügen. Wenn das, Leute, wenn das dunkelbraun ist, dann bin ich der Papst. Ich sag's euch. Guckt euch das bitte an. Wenn das dunkelbraun ist, bin ich der Papst. Hey, schwarz ist das, man. Guck dir das mal bitte an. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen, oder was? Ultraschwarzmann. Hier kommt der Mann in black. Hier kommt der Mann in black. Das ist gelb, Amir. Ja, genau. Ja, mein Lieber. Was kann ich für dich tun? Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich sehe letztens eine Live-Debatte. Er hat sich verschrieben. Er wollte schreiben, Aisha ist 19. Ja, stimmt. Klar. Als er die neun wollte, hat er die eins vergessen. Der hat sie mit sechs Jahren geheiratet, mit 18, mit 19 hat er sie dann. Sonst würde ich nichts loswerden. Dankeschön. Okay, alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Lisa, Bukhari hat es vergessen, Lisa. Ja. Es kann alles möglich sein. Alles, was den Menschen unangenehm ist, ist dann halt falsch übersetzt. Oder Bukhari hat es vergessen. Aber alles, was ihnen gefällt, hat Bukhari nicht vergessen. Das ist so, je nachdem, was so angenehm oder unangenehm ist. Lisa. Alles Angenehme für die Muslime, was ihnen gefällt, hat er nicht vergessen. Da hat er vergessen, da hat er nicht vergessen. Lisa, weißt du eigentlich, dass Bukhari 600.000 Hadithe gesammelt hat und er musste, wenn er ein Hadith geprüft hat, musste er die Überlieferungskette prüfen, er musste zwei Rakats beten, er musste Gebetswaschung vollziehen, er musste reisen, um die Leute zu interviewen, mit denen zu reden und noch eine ganz komische Sache. Also so fünf Sachen musste er machen, um einen Hadith zu prüfen, Lisa. Weg. Ja, wenn du dem Bukhari nur ein oder zwei Stunden, also eine Stunde für ein Hadith gibst, Lisa, oder zwei Stunden, was meinst du, was du für eine Zahl kommst, Lisa, bei 600.000 Hadithen? Das ist unglaublich. Lisa, der muss 68 Jahre lang durchgebetet haben, gemacht haben, nie geschlafen haben und dann hätte er das geschafft. Aber er ist ja nur 60 geworden, Lisa. Ja, vielleicht vor seinem Leben hat er schon angefangen, bevor er geboren wurde. Acht Jahre vor seiner Geburt hat er die Hadith gesammelt. Ein sehr guter albanischer Ex-Muslim hat das herausgefunden, das war sehr gut. Ja, das ist einfach nur traurig. Das Problem ist ja auch, dass die Sunna fast 50 Prozent des Islams ausmacht. Und da sind sich die Gelehrten ja auch in vieler Dinge nicht einig, weil da wieder Widersprüche gibt und dies und jenes. Ein ganzer Islam ist eigentlich nicht gut überliefert. Du kannst das auch nicht weglassen, diese ganze Sunna des Propheten, weil eben die Sunna die ganzen Verse aus dem Koran erklären, die Hintergründe. Also, das kannst du nicht weglassen. Du musst das annehmen. Aber das musst du annehmen und es ist trotzdem nicht unter allen Gelehrten eben einstimmig. Das heißt also, es ist eine Fälschung. Es sind Fälschungen reingekommen. Heftig, ne? Und das musst du aber annehmen. Du musst die Fälschungen annehmen jetzt. Wie hat er das denn geschafft, Herr Buchradi? Das fragen wir uns die ganze Zeit. Bei 600.000 Hadithes, Lisa. Wie geht das? Vielleicht hat er einfach schneller, einfach 1,5 Geschwindigkeit erhöht. Oder auf 2 wie bei WhatsApp. Ja, wenn man schnell macht, ja klar. Du kannst das alles in der Hälfte der Zeit, in der Hälfte der Zeit. Das kannst du doch keinem erzählen. Der ganze Islam ist ein riesen Schwindel, ne? Riesenschwindel. Auch diese ganze Propaganda mit, die Quraysh haben ihre Frauen begraben und Mohammed ist gekommen, um die Frauen zu retten. Aber die Lage der Frauen haben sich ja dramatisch verändert und sie sind auch schlimmer geworden, Mann. Ja, da sieht man eben, wie gesagt, das beste Beispiel ist ja die erste Ehefrau von Mohammed selber, die Khadija. Ja, genau. Die Quraysh war. Und die war selbstständig, Kauffrau und Mohammed war ja bei ihr eingestellt. Ja, die hatte mehrere Männer, alles, ne? Ja. Wahnsinn. So sieht's aus. Aber das ist alles Propaganda, ne? Um den Islam dann halt irgendwie besser darzustellen, als es wirklich ist. Hallöchen, meine Guten. Gott segne dich auch, Reza. Gott segne dich auch. Bruder, ich hab ne Frage an dich. Was hat das eigentlich mit Sura 3, Vers 54 auf sich, mit dieser Listenschmied-Geschichte? Weil in anderen Übersetzungen steht da Planer und sowas drauf, wie die Muslime das übersetzen. Kannst du mir das vielleicht erklären oder erläutern? Makar ist List, ist Hinterhältigkeit. Okay. Ein Plan, was du machst, aber aus Hinterlistigkeit. Verstehst du, das ist ja die List. Und die Schlange war ja listig und hat Eva mit einer List überrumpelt. Übers Ohr gehauen. Also Listigkeit ist immer etwas Negatives. Okay. Und das ist das arabische Wort Makar. Okay, okay. Weil die, die einen, also bei der einen steht da bei der Übersetzung so und bei der anderen steht in der Übersetzung so. Also ist eigentlich eine gute Übersetzung und schlechte Übersetzung. Planer ist eine schlechte Übersetzung. Makar, also Listenschmied, listig ist dann die richtige, die gute Übersetzung. So? Wie bei allen Sachen. Okay. Es gibt gute Übersetzung, genaue Übersetzung und nicht gute Übersetzung. Ja, das hast du mir schön erklärt. Ich habe gestern auch ein bisschen so rumgeschrieben, weißt du, deswegen. Das arabische Wort musst du dann richtig kennen, Makar. Okay. Makar und dann kannst du das sehr gut übersetzen mit Listenschmied. Listenschmied. Also Listenschmied war sozusagen schon die richtige Übersetzung gewesen. Ja, Makar. Ja. Weißt du, was das Kranke daran ist? Die Muslime, wenn sie in der arabischen Bibel lesen, dann sehen sie im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3 müsste es glaube ich sein, oder Kapitel 2, Vers 3, wo die Schlange als die listigste von den ganzen Tieren des Feldes benannt wird. Die Eigenschaft, listig zu sein, ist die Eigenschaft der Schlange. Ja, des Teufels. Ja, Schlange ist ja einfach, der Satan hat sich ja der Schlange bemächtigt. Also im Endeffekt ist das so gestimmt, wie das der Teufel ist sozusagen. Ja, ja, natürlich, klar. Ich kenne das ja aus dem Iran noch damals, als ich als Kind in Iran rumgelaufen bin. Da haben ja meine Eltern und meine Großeltern das Wort Makar benutzt. Deswegen kannte ich das schon aus dem Iran damals als Kind. Und das haben die immer benutzt für einen Menschen, der eben hinterhältig Sachen plant. Aber immer im negativen Sinne, nicht im positiven Sinne. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, was ich euch stellen kann. Ihr seid ja Iraner, ne? Ja. Das iranische Geheimnis ist ja bekannt dafür, dass die stark sind, ne? Also, dass die überall da recherchieren und gucken und sowas, ne? Ja. Was würde euch denn erwarten, wenn ihr da einreisen würdet? Ja, Todesstraßen, sofort. Ja? Ja, sicher. Ja, weil das Islam ist, ne? Ja, bestimmt, ja, klar. Total verrückt. Wer würde sowas denn freiwillig machen? Es sei denn, er ist überzeugt von dem, was er da macht. Es sei denn, er ist überzeugt von Jesus Christus. Es sei denn, er weiß, was er da tut. Na, was ist das? Das ist total verrückt. So wie dieser eine Reporter, oder was war da nochmal, wo er gesagt hat, alle Regionen sind gleich. Das war, glaube ich, Saudi-Arabien, richtig? Ja, und da haben die Lebenslang gegeben, oder was er hat. Und Peitschenhebe. Ja, wie 400 Peitschenhebe und 40 Jahre oder sowas, ne? Ja. Aber guck mal, das ist das, was ich meine, dass das die Leute nicht sehen und nicht verstehen, dass wenn einer sagt, alle sind gleich, dass der so eine Strafe bekommt, woher kommt das? Ich meine, woher kommt die Motivation? Ja, der Typ hieß Raif Badawi. Raif Mohammed Badawi, auch Raif Badawi ist ein saudischer Internetaktivist. Badawi gründete 2008 das Online-Forum, das liberalfreie Netzwerk, eine Website über Politik und Religion in Saudi-Arabien. Die staatlichen Behörden reagierten mit Repressionen wie einem Reisebockverbot und dem Einfrieren seiner Konten. Hier, was hat er gemacht? Badawi wurde 2012 verhaftet und 2013 wegen Beleidigung des Islam zu 10 Jahren Haft, 1000 Peitschenheben, einer Geldstrafe von einer Millionen Real und einem 10-jährigen Ausreiseverbot nach Beendigung seiner Haftstrafe verurteilt. Das ist wie Tod. Das ist wie Todesstrafe, ist dasselbe fast. Aber nur, weil er diesen Satz gesagt hat, oder, Amir? Ja, genau. Er hat gesagt, die Muslime und Nicht-Muslime sind alle gleichwertig. Und das ist gegen den Koran. Das ist doch Wahnsinn, oder? Allah hat die Muslime zu der besten Gemeinschaft erkoren. Über alle anderen Gemeinschaften. Das sind Übermenschen, Herren, Herrenmenschen. Aber guck, das ist ja genau das, Saudi-Arabien, Mutterland des Islams. Das war in Saudi-Arabien, oder Amir? Ja. Jetzt überlegt euch mal, das Mutterland des Islams, dieser Ursprung, wenn die so entscheiden, dann muss man sich doch ein bisschen den Kopf machen. Da muss sich überlegen. Ja, aber was die Muslime machen, diese Shisha-Muslime, die sagen, ja, die Saudi-Araber, die sind so verrückte Muslime, die solche Sachen machen. Ja, was pilgern die dann dorthin, wenn die so verrückt sind, Anna? Ja, die Mekka ist gut, aber Saudi-Arabien ist nicht gut, der Islam da. Mekka ist gut, Saudi-Arabien nicht. Apropos Mekka, Jungs, jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, wenn du da einfährst, steht doch drauf, alle Nicht-Muslime müssen jetzt abbiegen, ne? Ja, natürlich, weil du sonst mit deiner Anwendung seid. Bei uns kann jeder pilgern, bei uns kann jeder kommen, jeder es herzlich bekommen. Autobahnzeichen. Stell dir mal vor, in Deutschland gibt es ein Autobahnzeichen, wo steht, nicht... Muslime weiterfahren in die Autobahn, nicht in die Stadt rein. Ihr macht unsere Städte mit eurer Anwesenheit unrein, dreckig. Weiterfahren, weiter, weiter, weiter nach Belgien. Deutschland wird nicht geschmutzt werden mit eurem Dasein. Stell dir das dir vor. Ey, das ist total verrückt, Leute. Und die Realität ist total wahnsinnig. Der Satan, der diese Realität so gemacht hat hier auf der Erde, und die Menschen, die eben in einem Trance-Zustand sich befinden, in einem geistigen Trance-Zustand. Ja, das ist auf jeden Fall gegen die Menschlichkeit. Aber ich hätte noch eine letzte Frage. Guck mal, der Amir, Rese, du bist ja sein Bruder, ne? Der Amir hat ja Dings gehabt, so diese Terroristen wollten den ja umbringen und sowas, ne? Hattest du auch schon so einen Fall gehabt, oder hattest du auf den Startschutz mal einen Anruf bekommen? Weil ihr habt ja auch zusammen mal Videos gemacht. Nein, Amir ist da, Amir ist da in der Hinsicht sehr, sehr viel bekannter und gefährdeter. Ja. Ich mache ja eigentlich gar keine Islam-Aufklärung. Der Islam hat sich für mich seit 30 Jahren schon fast erledigt. Ja, aber du redest ja trotzdem noch, und du kennst dich auch sehr gut aus. Ja. Ihr hattet ja auch gemeinsam Videos gehabt. Ich meinte, du kennst dich, wie gesagt, dein Bruder. Ich kann mich nicht vorstellen. Ja, bei mir, bei mir, ich krieg zwar hin und wieder so von den Leuten, Muslime, die ich so kenne manchmal, so unter der Hand, so Drohungen. Aber so großflächig wie der Amir das durchgemacht hat, nein, so nicht, nein. Aber Amir Respekt, der traut sich trotzdem in Wahl hin. Den ist das scheißegal. Der geht in Wahl hin mit dem Missionars-Mobil. Da ist das ein Missionars-Hauptquartier, ist ja auch, egal. Ja, dazu gehört es einem unglaublichen Mut, ne? Ich sag dir ehrlich, ich bin wirklich ganz ehrlich, ich respektiere das sehr, das zeigt Gesicht, und das ist auch das Wichtigste für uns alle, ne? Ja, du musst dir mal vorstellen, das ist ein Wunder, Amir, dass er einfach so weitermachen und das er lebt, und das macht, du musst dir vorstellen, in Deutschland sind 20 Millionen Muslime, mindestens. Und du musst dir vorstellen, die leben ja überall, die Muslime sind ja überall in allen Großstädten 100.000 Wach vertreten, das heißt, Amir hat 20 Millionen Feinde in Deutschland. Boah, der ist ja überall bekannt, ich glaub, Amir, du bist doch, wenn nicht der, sogar der, wo angefangen hat damit, ne? Also auf YouTube und was weiß ich, was so, keine Ahnung. Also die Vision mal so anhört, wenn du das sagst, das ist so krank, ne? Ja, das ist halt, wie heißt der Filmnummer, der mit Kiano Reeves, John, wie heißt der nochmal Film, John? John Wick. John Wick. John Wick, der rumläuft in die Straßen und alle gucken den so an. Der Penner guckt ihn so voll an, weil er auch involviert ist, der auch töten will und so weiter. Alle. Der hat nur Feinde um sich herum. In der ganzen Großstädte. Genau, genau deswegen war ja die Frage gewesen, Amir, an dich gerichtet. Wie ist das, wenn du rausgehst, Bruder? Jetzt mal ehrlich zu dir. Das ist immer unterschiedlich, also die meisten machen entweder Fotos oder was, oder die sprechen ich mich so ganz normal drauf an. Aber natürlich habe ich hier und da mal auch so ein bisschen Anfeindungen abbekommen, aber nichts Großartiges, ne? Wahnsinn. Aber kannst du mir nur ganz kurz, ich weiß nicht, ob es lange dauert, vielleicht ein, zwei Minuten, nur erklären an diesem Tag. Das interessiert mich wirklich sehr, wo das passieren sollte, wo die mit dir vorhatten, diese Tajiken. Wie lief der Tag ab? Haben die dich angerufen oder wie kann man das sich vorstellen? Ja nicht, die waren wie so ein Squad-Team oben am Dach am warten, haben mich beobachtet und observiert, wie so ein Observationskommando. Ja, aber da könnte doch jeden Moment einer kommen von denen und dich abknallen, Mann. Ja, hatten die ja vor, das ist das ja. Aber der Herr hat dazwischen gefürgt. Hast du irgendwas gemerkt, gespürt oder so, hey, da ist irgendjemand oder keine Ahnung, Nein, ich habe die überhaupt gar nicht gemerkt. Nein, die haben sich oben auf den Dächern versteckt und alles und da haben die mich beobachtet und so, ne? Ah, das ist Wahnsinn, Bruder. Ja, da siehst du, wie Jesus, wie groß er ist, ne? Das ist sowas für ein Schutzengel und wie Jesus hinter dir halt ist und alles, ne? Ja, der Herr Jesus sagt ja das und dann meint er das auch, ne? Das ist Josua 1.9, wenn der Herr Jesus zu Josua sagt, ich bin mit dir, sei stark und mutig. Wahnsinn. Ja, ich bedanke mich bei euch für die, ich will jetzt nicht so lange sind bleiben, ne? Also ich bedanke mich bei euch für die Antworten und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ich gucke weiter rein, wir hören uns, meine Brüder, ne? Hallo Amir. Hallo mein lieber Gott, segne dich und danke. Ich hätte mal eine Frage und zwar, sehr oft in Diskussionen gegen Muslime oder Argumentationen höre ich das Argument, ja, aber du kannst doch nicht die deutsche Übersetzung mit Arabisch vergleichen, was logisch eigentlich gar keinen Sinn macht. Was sagst du dazu? Das ist ja Quatsch, du kannst jede Sprache übersetzen. Töten heißt auch auf Arabisch töten und kann auch übersetzt werden als töten. Das ist aber überhaupt sowas nicht zu übersetzen zu können, ne? Genau, weil es gibt 200 Millionen Menschen, die Muslime sprechen, also Arabisch, Entschuldigung. Und da denke ich mir, also kommt kein, nicht mal eine Person mal auf die Idee zu sagen, komm, ich übersetze den Koran mal auf Englisch. Das ist einfach von logischem Sinn her einfach dumm. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist, macht gar keinen Sinn. Ja, das ist ja dieses Bullshit-Bingo, ne? Das kennen wir ja. Es gibt ja einige, äh, einige blöde Sachen, die die halt immer wieder erwähnen. Das hat nichts mit Islams tun, den Koran kann man nicht übersetzen, äh, der Islam ist Frieden, ne? Kannst dir eins davon aussuchen. Nimmst du eine Schablone, Bullshit-Bingo, dann kennst du die alle. Und dann kannst du eins davon immer auswählen. Welches davon willst du nehmen? Ja, ich nehme einfach mal, das hat mit Islams zu tun, Islam ist Frieden, im Koran hat nichts mit Töten zu tun, so, so, die ganze Zeit. Das ist das, was wir können. Amir, ich danke dir nochmal. Du machst echt gute Arbeit, Respekt und möge Gott dich und deine Familie segnen. Amen, Amen. Danke dir, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Moin Amir, Moin Reza, der Friede und die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Auch mit dir, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke. Hast du das eben gerade gesehen, Amir? Wollte ich dir nur sagen, warum, ich wollte dich mal was fragen. Äh, der Joker ist ja wieder live. Warum benutzt er immer eigentlich ein Bild von dir? Damit er Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten bekommt er keine Aufmerksamkeit. Der Joker hat wohl zu viel Kamelurin getrunken, ne? Das auf jeden Fall. Und Nagelack, ne? Also, das ist ja klar. Nagelack, Kamelurin und diese Mischung ist sehr, sehr kompliziert. Das kann nur ein Hof nahe, mein Hof nahe kriegt das gut hin. Jedes Mal, Alter, wird er mir angezeigt, weißt du, trotz dass ich ihm nicht folge. Die Leute, die sind so dumm, die sind so dumm, dass die für mich sogar noch Werbung machen mit meinem Foto so da hinten. Die denken, das schadet mir. Andere mussten mir werden nur aufmerksam auf mich. Ja, der erzählt ja irgendwie. Eben gerade hat er so erzählt, Alter, da hab ich nur so, lass mal in die Sinn kommentiert. Hat er eben erzählt gehabt, dass er dich mal irgendwie was gefragt hatte. Irgendwie, wer war der erste Prophet aller Propheten irgendwie gewesen? Und angeblich hattest du Moses und so weiter geantwortet gehabt und macht sich darüber irgendwie lustig. Keine Ahnung, was du damit erreichen willst, ja? Der Joker sollte ja auch nicht irgendwie das Thema hier bei mir im Mainstream sein. Das ist mein Hof nahe, der macht gut weiter Werbung für mich und so ist das auch richtig. Du musst dir mal wieder aus der anderen Seite. Wie kann ich dir sonst weiterhelfen, mein Lieber? Nichts, ich wollte dich nur grüßen. Ihr macht euren Job richtig gut, ja? Ihr verbreitet das Evangelium, ihr sagt die Wahrheit, ne? Jesus ist ja die Wahrheit, ne? Und Hut ab, ehrlich. Also, ich war ja schon ein paar Mal bei dir drin und echt Respekt, ne? Macht weiter so, ne? Deswegen, mein Lieber. Okay, Gottes Willen euch noch, ne? Okay... Gut, restore leb Und dann gehen. Und dann gehen wir irgendwelwen. Hallo, hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, ebenso. Reza, ich habe mal eine Frage, oder auch Armin. Guck mal, es gibt ja so viele Debatten und hin und her, ne? Eigentlich müssen doch alle religiösen und belesenen Leute, ich meine, du hast ja ein bisschen was abgemacht, und da hattest du ja, wie soll man sagen, die Muße, dich damit intensiv zu befassen, weißt du? Ich sage dir mal Shisha-Muslim und so, aber im Prinzip haben die gar keine... Ja, die haben jetzt nicht das Glück, in Anführungsstrichen, so die Zeit zu haben, sich damit zu viel zu befassen. Ja, aber die haben jetzt genug Zeit, das ist eine billige Ausrede. Ja, Moment, Moment, okay, im Prinzip hast du recht, aber es ist halt einfacher, wenn du wirklich den ganzen Tag irgendwo eingesperrt bist, da bist du konfrontiert mit dir selber so, und die anderen Leute sind halt so abgelenkt in dieser Gesellschaft, ist das schon schwieriger. Das Problem ist, irgendwann hast du auch die Schnauze voll, du hast keine Lust mehr, weil du keinen klaren Gedanken mehr fasst, du weißt gar nicht, wie das ist. Du hast zwar zwei Zeit da drin, aber du gehst kaputt innerlich, weil du dir voll die Sorgen machst, verstehst du? Okay. Weil du ja, wie du schon sagst, die ganze Zeit dort alleine bist, das ist das. Naja, wie auch immer, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, eigentlich muss doch schon seit Ewigkeiten, weißt du, irgendeine offizielle Debatte, seitdem es das Internet gibt, eigentlich geben, und das muss, finde ich, zumindest klar aus dem Weg geräumt werden, so diese ganzen Missverständnisse, und zwar nicht von irgendwelchen Leuten, sondern von Gelehrten. Was ich meine. Ja, im englischsprachigen Raum kannst du sehr, sehr gute Debatten dir angucken, von Leuten, die wirklich akademischen Grad haben, und Ahnung wirklich von der Materie haben. Da kannst du viel von lernen und auch denen zuhören. Das hat mich auch damals überzeugt, als ich dem Ahmad Didat zugehört habe, und Josh McDowell, wurde Jesus Christus gekreuzigt, auf Englisch kannst du das angucken. Ja, das war eine akademische Debatte, und die haben dann ihre Beweise gebracht. Ahmad Didat hat sein Buch vorgestellt, und der, wie heißt es, der Josh McDowell hat darauf geantwortet, und hat ihn komplett rasiert und widerlegt, das war's. Islam ist Geschichte schon seit 1989, oder was? Okay. Ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nie sowas mitbekommen. Wenn du sagst, sowas gibt es, vielleicht sollte ich das mir mal zu Gemüte führen, aber... Da hängelnd Raum, da findest du die akademischen Debatten hier, findest du gar nichts. Ja, hier sind alle so Selbstdarsteller, die schreien rum, und das ist mir auch zu blöd, so, ehrlich gesagt. Wenn du wirklich dir eine gute Debatte angucken willst, dann kannst du dir, da musst du Englisch drauf haben. Also, musst du schon Englisch. Ob ich das so drauf habe, weiß ich nicht, aber mal gucken. Ja, ich kann dir das nur empfehlen, das hat mich auch selber überzeugt, da habe ich gedacht, der Islam ist für mich ab heute nur noch Geschichte. Ich wusste, dass der Islam schon eine Katastrophe war, aber das hat mir noch den restlichen so Bestätigung gegeben, und ich wusste, alles klar, es gibt keinen anderen Weg als Jesus Christus. Das ist das. Okay. Ja, krass. Aber wenn ihr so belesen seid, warum macht ihr das nicht in Deutschland, wäre doch auch nicht schlecht, denke ich. Ich hole doch jeden rein, der hier reinkommt, nicht. Hier drinnen sind auch Spezialmaterial, weißt du, was ich meine? Das ist alles egal, ob klein, groß, mittel, dünn, dick, egal, vollkommen egal. Ich denke, dass die Pierre Vogel so nie, ich meine, die reden zwar mit so Arafas und so, aber die reden nie mit religiösen Leuten, weißt du? Der Pierre Vogel ist schlau, der weiß ganz genau, mit wem er redet und mit wem nicht. Er möchte natürlich nicht, dass die Muslime anfangen, sich islamkritische Sachen anzugucken, und zum Beispiel so jemanden wie mich, der die ganzen Zeit den an den Kopf brettert, wo er nicht dagegen irgendwas sagen kann. Das ist das. Ich sage mir ganz ehrlich, das würde ich mir herbegehren sein. Ich bin herbegehren. Oder auch Al-Burah, der labert ja auch den ganzen, also nicht labert, der redet die ganze Zeit auch seine Sachen so. Keine Ahnung, warum die sich nie so der Konfrontation stellen, das ist schon verheuchelt, irgendwie muss ich ehrlich sagen. Also haben die, kommt zwar mal rein, und der schreit nur, ich kann mir so einen Typ nicht geben, aber dass sie einfach so sachlich einfach argumentieren, weißt du, wäre doch auch interessant für alle Leute so. Und ich denke, die würden auch ihre Zuschauer zahlen, und Leute könntet ihr jetzt sehen, und nicht jetzt für Fame oder so einen Scheiß, sondern vielleicht könntet ihr eure Arbeit machen, und die halt ihre auch, weißt du. Deswegen, ich würde gerne mal mit Pier Vogel ein bisschen reden. Hoffentlich passiert das. Hey, der meinte auch zu mir, also beziehungsweise er meinte in irgendeinem Video, das Einzige, was ich mit dem zu reden habe, ist ein MMA-Kampf. Der Friedensaktivist, der Pier Vogel, der immer sagt, ich bin Friedensaktivist. Ich labere es Frieden. Ich feiere den halt, mit diesen Sprüchen, die der gemacht hat. Musst du antreten, ja gut. Genau, dann musst du antreten. Genau, dann musst du antreten. Dann labern nicht so viel, dann musst du antreten. Ihr Großmäuler. Der will doch unseren Irfan-Petya auch schlagen, hat er gesagt. Der will irgendwie alle, gefühlt alle schlagen. Die ganze IS-Truppe will er schlagen, der will die ganzen Sufis und alles mögliche wegboxen, der will die ganzen Islam-Kritiker wegboxen. Das Einzige, was der wegboxen ist, ist sein eigenes Gesicht. Bumm! Die ganze Zeit lockt er sich selber aus. Gut, gut, alles klar. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ah, genau so, danke dir, ciao. Ausknocken. Danke. Knocki, knocki. Zudem würde das Lied Dings passen. Knock, knock, knockin' on heaven's door. So viel Fugel. Knock, knock, knockin' on heaven's door. Ich kann nicht mehr. Er hat auch eine Bambusleitung, ey. Er hat auch hier eine Bambusleitung. Ja! Ja, ihr Lieben, okay. Dann machen wir langsam mal für heute Schluss. Wir haben schon 10 Uhr. Ich glaube, alle wollen jetzt langsam mal schlafen gehen. Oder will noch jemand irgendwas sagen? Ansonsten machen wir jetzt ein schönes Gebet und preisen den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann gehen wir langsam aber sicher in Hayabubu machen, ne? Bleib da. Mach noch ein Fertigbrot. Na ja, auf mit dem Quatsch. Nein. Ja, meine Nase ist schon wieder verstopft hier. Hallo, Amir. Hallo, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Danke. Ich würde dir nur sagen, mein Bruder schaut dich die ganze Zeit an, also jeden Tag. Und du hast ihn auf den richtigen Weg gebracht. Und er hat mir auch deine Videos alle gezeigt. Ich schaue auch jetzt. Und ich bin auch wegen dir jetzt auf dem richtigen Weg. Früher waren wir Jehovas Zeugen. Und mein Bruder redet so gut über dich. Er ist so in dich verliebt. Ja, sagt der Bruder, ich liebe ihn auch. Und er sagt, du hast so eine Power, dass Gott dich ausnutzt, um andere Leute aufzuwecken. Und du sollst weiter so machen. Ja, Amen. Gott segne dich und deinen Bruder. Danke, sehr lieb. Aber gibt es nicht irgendwo einen Platz, wo ihr seid, wo wir mit euch kommen können und so weiter? Ja, ich würde ja gerne mal mich mit allen von euch mal treffen und sehen und alles mögliche. Aber das ist natürlich ein bisschen problematisch, mit meinem Fall. Ja, das muss ich mir vorstellen, ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber irgendwann mal so, Gott will, wird es vielleicht passieren. Hoffentlich. Kann ich dich nur fragen, was hältst du über Jehovas Zeugen? Das sind Sekte, ne? Also absolut. Der Gründer der Zeugen Jehovas ist ja Charles Taze Russell. Und er war ja ein Hochgrad Freimaurer. Und selbst auf seinem Friedhof hat er so eine Pyramide da drauf. Hast du das schon mal gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja, ja. Die Zeugen Jehovas haben die Götter des Herrn Jesus Christus ihm gestohlen, weggenommen und aus ihm irgendwie Erzengel Michael gemacht. Nur so ein Geschöpf. Ja, aber was ist der Unterschied also mit Jehovas Zeugen und... Für die Zeugen Jehovas erkennen Jesus nicht als Gott an, dass der Jehovas klar ist. Das ist für die, das ist für die geht gar nicht so, ne? Ja, die sehen das nicht. Aber Jesaja 44, 6 und Offenbarung 1, 18, das ist einfach nur ein Knockout für jeden Zeugen Jehovas. Der muss das akzeptieren, dass Jesus Christus Jehova im Fleisch ist, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ja. Er kann nicht drumherum, das ist das Problem. Er kommt nicht drumherum. Okay, ich will dich nicht weiter stören, aber vielen Dank. Wirklich. Alles klar. Schönen Abend. Dir auch, mein Lieber. Ciao. Ciao. Ja, wundervoll. Auch andere Konfessionen oder was auch, Denominationen innerhalb der christlichen Strömungen, sehen, dass die auch das Ganze in Frage stellen und den trinitarischen Gott auch erkennen und anerkennen. Das ist das Schöne. Wundervoll. Ja, ich hoffe natürlich, dass sehr viele Zeugen Jehovas noch aufwachen und Jesus Christus erkennen, dass der Gott im Fleisch ist. Ja. Okay, ihr Lieben, dann machen wir jetzt langsam Schluss, ihr Wundervollen und sehen uns dann so Gott will morgen. Ich glaube, ich mache mal morgen wieder einen Guten-Morgen-Stream mit den ganzen Leuten hier. Einen Morning-Stream. Danke, Nika. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart. Möge der Herr euch segnen. Ja, ich weiß nicht, ihr werdet das sehen. Falls ihr das... Oh, danke schön, Cousinus. Gute Nacht. Falls ihr noch nicht hier macht das Plus weg oder was auch immer. Folgt, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ja, teilt immer die Streams. Das wäre gut. Und lasst uns weiterhin, so gut es geht, viele, viele Menschen erreichen mit der Erlaubnis des Herrn. Und ja, ich hoffe natürlich für jeden Einzelnen von euch, dass ihr wahrhaftig Kinder Gottes seid und dass ihr auf dem Weg seid zum ewigen Leben. Amen. Das ist das Schönste, was man jemandem wünschen kann. Wahrhaftig Kinder Gottes zu sein. Okay, ihr Lieben, dann möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Ich bin jetzt weg. Und... Ah, mir ist Bernacke. Ja, das hat der Typ ja gesagt, der Veranstalter. Er sagt, bist du noch da, Erlsa? Ja, du hast recht. Nun, Amila, bete noch, Bruder. Wer auf die Knie gehen kann, der geht auf die Knie. Wenn nicht, dann bleibt einfach sitzen. Ah, ja. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke von ganzem Herzen, dass du uns erlaubst, weiterhin Livestreams durchzuführen, Herr. Dein Wille soll immer in unserem Leben geschehen, Herr Jesus Christus, und nicht unser Wille, Herr. Wir wollen weiterhin dir dienen mit all unserem, was wir haben, mit unserem Leib, mit Leib und Seele. Wollen wir bei dir sein, Herr Jesus Christus, und dir auf Schritt und Tritt folgen, Herr. Bitte segne jeden Einzelnen, der hier drin ist. Bitte erhöere unsere Gebete, wenn wir zu dir beten, Herr Jesus Christus, und gewähre uns die Gebete, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, löse du die Probleme, die die Menschen gerade hier drin haben, Herr. Bitte öffne du die Augen der Menschen, die hier drin sind, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, dass sie dich erkennen, Herr, dass sie zur Wahrheit kommen, nämlich zu dir, Herr Jesus Christus, und deine Herrlichkeit annehmen, Herr Jesus Christus, für das, was du für sie getan hast, dass sie das anerkennen und gerettet werden, Herr, dass sie ihre Seelen in Sicherheit bringen, Herr. Denn bald kommst du ja zurück, Herr, und wir wollen ja vorbereitet sein, Herr. Und wir wollen dir weiterhin die Ehre geben, Herr Jesus Christus, und ja, auf dich warten, Herr. Wir warten alle auf dich und wünschen uns von Herzen, dass noch so viele Menschen wie möglich zum Glauben finden, Herr, und gerettet werden, Herr. Wir beten auch wieder vor unsere Geschwister, Herr, die in den islamischen Ländern gerade, ja, entweder ihr Leben lassen müssen oder unter Repressalien leiden, Herr, und verfolgt werden, Herr, um deines Namens willen, Herr. Gebe du ihnen die höchste Stufe im Himmelreich, Herr Jesus Christus, und lasse sie in dein Himmelreich eintreten, Herr. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Okay, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugehört habt, ihr wundervollt. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen und euch Frieden schenken in eurem Herzen. Amen. Okay, ich beende den Stream jetzt. Wir sehen uns bis morgen, ja, so Gott will. Macht's gut. Ciao.